Tele-Stammtisch Ich habe vorab eine ganze Menge Dinge gelesen und bin sehr froh, dass er heute da ist. Er ist offensichtlich vom Weihnachtsmann persönlich auf diese Welt gebracht worden und in Hessen geboren. Das macht ihn auch zu einem richtigen Hessen, weil er eben auch ganz viel hessisch spricht und seine hessische Mundart und wie er sie so drauf hat, die ist auch Teil seiner aktuellen Projekte. Er ist Autor für diverse Dinger, sehr erfolgreich und auch quantitativ viele Sachen habe ich von ihm gefunden. Er ist unter anderem mit seinem Comic-Partner aka Vilches ist der Nachname hier, José Antonio Martin Vilches unterwegs und macht mit ihm zusammen das Stickefingereinhorn, auf das wir heute auch noch zu sprechen kommen werden. Ich glaube, er hat auch irgendwas studiert. Er war auch mal in Amsterdam und ganz viele andere Dinge stehen hier im Internet über ihn. Ich bin sehr froh, dass er heute da ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin der Sascha. Sascha Ehlert, hallo. Hi Sascha. Eigentlich hätte ich anders anfangen müssen. Ich hätte sagen müssen, mein Name ist Ehlert. Sascha Ehlert. Aber weil du ja eigentlich im Auftrag deiner Majestät unterwegs bist. Ja, so ungefähr. Meiner Majestät, genau, richtig. Ja, sehr gut. Dieser Kontakt hier zwischen uns, der kam mich einfach so zustande, denn der liebe Steffen Liebschner an der Stelle, meine liebe Grüße, der hat uns ja verkuppelt. Woher kennst du denn den Steffen? Den Steffen, den kenne ich, weil er mich mal, warte mal, wie kenne ich, also jetzt muss ich überlegen, ach Jemini, das ist ja hunderttausend Jahre her, über den José tatsächlich, den du eben erwähnt hast. José Antonio Martin Wilchers heißt er übrigens. Das ist so ein spanisches, spanisches Ding. Verrückt. Ja, ja, total verrückt. Und er hat uns zusammengebracht, weil er damals, ah ja, ich weiß, bei meiner Radiosendung Schoki Banoki zu Gast war mit dem Comic-Stammtisch. Und da ist er dann damals mit Marshall, das ist ein kongenialer Partner vom Comic-Stammtisch gewesen, da aufgeschlagen und dann habe ich vor, also wirklich vor, also das war ein anderes Leben, da habe ich ihn dann kennengelernt. Und der hat mit dir auch schon ein Interview geführt zu aktuellen Projekten von dir, stimmt's? Richtig, genau. Also das war jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, da hat er mit mir schon den Blog gemacht. Du bist offensichtlich total verwurzelt in der Comic-Welt, hast da schon diverse Dinge gemacht und wir werden da heute auch sehr ausgiebig drüber zu sprechen kommen. Aber bevor wir in die einzelnen Projekte einsteigen, die ich teilweise auch schon ein bisschen länger kenne, vielleicht nochmal kurz zu dir. Du hast jetzt x Dinge schon angesprochen. Du bist, glaube ich, so ein richtiger Medienschaffender, stimmt das? Ja, also ich bin einer, der halt einfach Output schafft. Also ich bin jemand, der man anpieksen muss und dann sprudelt es halt so ein bisschen raus und ich kann mich in alles reindenken und mache halt irgendwie so mehr oder weniger alles. Also von Kinderbuch über Comic bis zu Horror, alles irgendwie. Das heißt, du hast ein gewisses Sendungsbedürfnis, dass du beim Radio offensichtlich quasi präsentierst. Ja, ja, genau. Es muss raus aus mir. Sendungsbedürfnis ist ein geiles Wort, ja. Also Radio ist so entstanden irgendwann mal, weil ich eingeladen war als Autor und dann war ich da in Wiesbaden bei dem kleinen Sender Radio Rheinwelle und hab meinen besten Kumpel damals mitgenommen und der hat da gesessen und gesagt, ja, setz dich mal da hin und ich mach das Interview und so. Und naja, und dann haben wir das Interview geführt und es war ganz lustig. Der Michael hat uns damals interviewt. Grüße an Michael, wenn er mich hören sollte. Schon lange nicht mehr von ihm gehört, übrigens so nebenbei. Und dann hat der Pujan, mein Partner im Radio, dann gesagt, Mensch, das will ich auch, weil er musste eine Stunde da sitzen und durfte nix bappeln. Und dann hat er gesagt, das will ich auch, das will ich auch. Und dann hat er mich dazu genötigt, mit ihm Radio zu machen. Und dann haben wir uns da beworben und sind gleich genommen worden. Und seitdem mache ich Radio, das ist jetzt elf Jahre her. Und dann mehr so eine Talkshow oder schon auch ganz klassisch mit gelegentlicher Musik oder was machst du da genau? Ja, ja, das ist so eine Unterhaltungssendung mit Musik zwischendrin, klar. Ja, da haben wir immer so Gesprächsschlots zwischen, weiß ich nicht, so zwischen drei und acht Minuten oder so. Und dann kommt wieder Musik und da haben wir alle möglichen Themen, irgendwas. Wir ziehen alles durch den Kakao, was so kommt. Und dann hast du eben noch erzählt, du bist außerdem auch ein Podcast-Kollege. Das war mir ganz neu, weil das hatte ich nirgends gefunden. Vielleicht kannst du da nochmal kurz einen Abstecher machen, weil das ja auch mit deinem Kollegen zusammen passiert. Ja, das ist aber neu. Deswegen hast du darüber noch nichts gefunden. Also es ist so, dass heutzutage, also du machst Podcasts und es ist ja eine ganz neue Erfindung. Das macht ja keiner sonst. Machst ja nur du und ich jetzt. Exakt. Und weil ich gedacht habe, Mensch, das machst du und ich muss es auch machen, habe ich mir gedacht, wir machen das auf Stinkefinger-Einhorn-Ebene. Also Stinkefinger-Einhorn-Nüchtern betrachtet, da gibt es den Podcast, der jetzt ganz neu produziert worden ist. Der wird demnächst jetzt irgendwie auch verfügbar sein und den Podcast von der Radiosendung von der Besagten existiert. Das ist dann Schoki-Banoki und da ist dann sozusagen das, was wir im Radio gemacht haben, so mit verwurstet. Das ist eigentlich so der Hintergrund. Ja, geil. Podcast ist sowieso der neuste heiße Scheiß seit ungefähr 30 Jahren, gibt es das, glaube ich. Aber hey, irgendwann fangen wir alle mal an. Und ich finde das super. Ist da, gerade bei diesem Stinkefinger-Einhorn-Ding, ist da auch so ein bisschen ein Comic-Anteil mit drin? Oder geht es mehr so um Themen, die auch das Stinkefinger-Einhorn, auf das wir natürlich in Detail noch kommen, auch bedient? Also beim Podcast reden wir auch über Comics. Dann, wenn wir Zeichner dabei haben, Illustratoren oder Autoren, dann reden wir über Comics. Aber grundsätzlich geht es bei dem Podcast immer um Leute, die irgendwas mit dem Stinkefinger-Einhorn zu tun haben. Also wir haben ganz viele Menschen aus dem Influencer-Bereich, die mit uns schon zusammengearbeitet haben, auf verschiedensten Ebenen. Letztens hatten wir unseren Koch am Start, der mit uns das Kochbuch gemacht hat vom Stinkefinger-Einhorn. Und wir haben ganz viele Influencer deswegen am Start, deswegen, weil wir diese Collagen auf dem Instagram-Account machen mit dem Stinkefinger-Einhorn. Das heißt, das sind irgendwelche Fotos, die von irgendwelchen Influencerinnen ganz oft gemacht worden sind. Und da pflegen wir dann der Stinkefinger-Einhorn ein und packen dann irgendwie einen lustigen Spruch drauf. Und das ist dann diese Collage. Und so kommt dann diese Zusammenarbeit, diese Querverbindung zustande. Und diese Mädels, die haben auch was zu erzählen und sind auch recht witzig an vielen Stellen. Und deswegen machen wir dann mit denen auch einen Podcast. Also ein Unterhaltungsformat zum Entertainen oder auch so ein bisschen zum Bewerben des Stinkefinger-Einhorns? Was ist so, sage ich mal, das Ziel? Ja, beides. Beides, klar. Unterhaltung. Aber klar wollen wir den Stinkefinger-Einhorn bekannt machen. Das ist ja unser Baby, unsere Figur. Und deswegen machen wir das, was wir so ein bisschen können, sagen wir mal so, wo wir die Möglichkeit zu haben. Und da ist halt diese Podcast-Sache eine. Vielleicht nochmal kurz der Abschlag hier auch zu den Comics. Denn du bist jemand, der nicht nur gern plaudert, wie es scheint, sondern eben auch offensichtlich so ein bisschen so ein Faible für Comics hat. Wie sieht es denn damit aus? Wann bist du erstmalig mit Comics in Berührung gekommen und warum eigentlich? Also mit Comics in Berührung gekommen bin ich natürlich in meiner Kindheit einmal übers Fernsehen mit Comic-Büchern oder Heftchen über die Sparkasse. Fix und Foxy, Knacks und der ganze Kram. Das hast du irgendwie, kennst du von früher. Wie alt bist du eigentlich, sag mal? Ich bin Jahrgang 87. Na, du bist ja jünger. Ich bin ja viel älter. Ich bin ja, ach, ich bin ja Methusalem gegen dich. Nee, ich bin 74er Baujahr. Und ich kenne das halt von Knacks, von der Sparkasse oder diese Salamander-Büchlein von früher noch und sowas. Das sind so für mich so die ersten Kindheitserfahrungen in Bezug auf Comic. Und dann später natürlich die Klassiker. Aber dann später im Fernsehen war für mich ganz wichtig. Und das ist heute halt total cool, weil sich dann der Kreis schließt. Da kommt man bestimmt darauf zu sprechen. Das waren die Schlümpfe. Also ich habe ihm im Fernsehen die Schlümpfe mir angeschaut. Und das war, neben Captain Future war das einfach ein Muss. Also quasi Comic sozialisiert durch die Schlümpfe ist natürlich auch echt nicht der schlechteste Einstieg, den man kriegen kann. Nein, nein. Auch da freue ich mich schon sehr, dass wir mal ins Detail gehen können. Und du mir wahrscheinlich noch eine ganze Menge zu den Schlümpfen selbst auch erzählen können wirst. Aber lass doch vielleicht erstmal bei deinem ganz ureigenen Projekt kurz anfangen, über das ich dich ursprünglich mal kennengelernt habe. Denn ich weiß, dass ich vor gar nicht, das war glaube ich letztes oder vorletztes Jahr, da hast du eine Kickstarter-Kampagne. Zumindest eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ich weiß nicht, ob das jetzt Kickstarter war oder woanders. Und da ging es um dein Projekt Stinkefinger-Einhorn. Ihr wolltet Geld sammeln, eben du und dein Partner José. Und über Steffen kam da Kontakt zustande. Und selbstverständlich habe ich meine krasse Social-Media-Influencer-Tätigkeit genutzt, um da auch mal darauf hinzuweisen. Denn der erste Eindruck davon, der war ganz lustig. Es schien mir um Cartoons zu gehen und irgendwie so ein lustiges Einhorn und so. Erzähl mal, was ist das eigentlich und wofür habe ich eine Erwerbung gemacht? Ach, weißt du gar nicht so genau. Also der Stinkefinger-Einhorn, das ist halt ein lustiges, freches Einhorn. Bisschen dick, pummelig, faul, also stinkend faul. Frisst zu viel, säuft zu viel, schafft nix, hängt auf der Couch, suchtet sich auf Netflix irgendwie durch jedes Wochenende und weiß nicht so viel mit sich anzufangen. Außer wenn es wirklich Party ist, dann rastet es komplett aus und geht auf die Juche und macht die Mädels irgendwie rund und sowas. Und das ist das Stinkefinger-Einhorn. Und im Prinzip so ein Typ wie du und ich, nur halt in extremer Form. Und das Stinkefinger-Einhorn darf alles, das sagt alles, was es denkt und kann sich auch so ein bisschen verwandeln. Also wir haben verschiedenste Varianten vom Stinkefinger-Einhorn schon am Start gehabt als Elvis, als Pulp-Fiction-Figur oder was auch immer. Und der José, das ist ja der Illustrator von dem Stinkefinger-Einhorn, der ist so kreativ, was die Zeichnungen angeht. Das ist unfassbar. Also der José tatsächlich, jetzt ohne Spaß, unter uns. Der José ist der kreativste Mensch, den ich jemals in meinem Leben irgendwo getroffen habe. Und deswegen habe ich mit ihm schon ganz viele Projekte machen dürfen. Das ist einfach toll, mit ihm zu arbeiten, weil man auch ihn einfach nur so ein bisschen anpieksen muss. Und dann macht er irgendwas, was cool ist. Und so kam das Stinkefinger-Einhorn natürlich dann auch zu seinen Kreationen, was diese Vielseitigkeit angeht. Wie es geboren ist, habe ich irgendwo gelesen. Unter anderem glaube ich in diesem Interview, das du mit dem Steffen geführt hast, dass man bei den Kollegen von der Comic-Community, zu denen ich ja irgendwie auch dazuzähle, lachlesen kann. Aber vielleicht magst du es nochmal kurz anreißen. Wie kam es zum Stinkefinger-Einhorn selbst? Das ist ja jetzt schon auch ganz schön, das hat ja ein Konzept. Ja, also das Stinkefinger-Einhorn selbst ist entstanden eigentlich durch einen Zufall. Also das war so, dass wir auf der Leipziger Buchmesse gewesen sind und haben mit einem Partner gemeinsam dort ausgestellt. Ich habe damals für die das Buch geschrieben, Ficken fürs Volk, wirst du wahrscheinlich kennen. Und wenn du den Likör-Ficken kennst, dann kennst du auch das Buch. Und dann haben wir dort ausgestellt und ich habe dann signiert. Und der José war eigentlich nur da so als, wie sagt man so, als Zeichennutte. So, da musst du da irgendwie so ein bisschen performen und so ein Publikumsmagnet, ist vielleicht das bessere Wort, Publikumsmagnet, wenn er gezeichnet hat, da sind die Leute stehen geblieben, haben dann sich das angeschaut. Und dann war eine Frau, die stand dann so in der Schlange und hat dann, José hat so gefragt, was willst du haben? Kannst alles haben, ich zeichne dir ins Buch rein, obwohl das ja mit dem eigentlichen Buch nichts zu tun hatte. und da sagte sie, ja, so, ich hätte gerne ein freches Einhorn. Und der so, ja, freches Einhorn, okay, wie stellst du dir das vor? Keine Ahnung, mach einfach mal. Und José hat dann, ja, hat dann da gesessen und hat dann ein Einhorn gezeichnet und hat dann dem Einhorn halt einen Stinkefinger obendrauf gezeichnet. Und dann sagt sie, ach, cool, super, vielen Dank, geht weiter. Und dann der Nächste in der Schlange sagt, sowas will ich auch, was die Frau da eben hatte. Und er so, ja, okay, alles klar. Und dann sagt der Nächste in der Schlange, ja, sowas will ich auch. Und der Nächste in der Schlange sagt, ja, sowas will ich auch. Und da ging das den ganzen Scheiß Tag lang, dass er da Stinkefingereinhorner zeichnen musste. Damals hat man auch keinen Namen dafür. Haben schon gemerkt, da ist irgendwas. Und so ist das dann entstanden, dass wir, ähm, dass wir dann dieses Stinkefingereinhorn sozusagen am nächsten Tag noch hingelegt haben, so. Der José hat das auch mal gezeichnet, hat es auch mal so hingelegt. Einfach nur mal ohne Kommentar. Und dann haben dann die Leute gesagt, das da, was da ist, das will ich auch. Und dann hat der José, dann hat er vier Tage lang, hat der Stinkefingereinhorn gezeichnet. Und da haben wir irgendwie gedacht, das ist, irgendwas ist mit diesem Stinkefingereinhorn. Und das Jahr später haben wir dann diese Crowdfunding-Aktion über, Startnext war es übrigens, hast du eben Kickstarter erwähnt. Dann haben wir auch Startnext erwähnt. Na klar. Ähm, haben wir dann über Startnext dann gestartet, wo du ja dann auch mit performt hast. Okay, das heißt also, der José ist quasi derjenige, der so, wenn man so will, irgendwann geübt war, darin ist zu zeichnen. Aber es ging ja schon noch darum, das Ganze dann auch mit Text, mit Content, mit Witz zu füllen. Das war dann scheinbar deine Aufgabe, oder? Ja, das war, ganz zu Anfang war das natürlich unsere gemeinsame Aufgabe. Wir setzen uns dann immer zusammen und gucken, wie ist der Charakter geartet, wie, was machen wir damit. Damit José heute immer noch seine eigenen Ideen natürlich mit einbringt. Aber ich bin derjenige, der halt in Bezug auf Text viel mehr Output bringt in dem Moment. Und dann sich da auch reinfuchsen kann und dann dies und jenes und alles mögliche macht. Und der José zeichnet dann halt immer schön fleißig. Und ich sage ihm, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche jetzt einen Stinkefinger ein. Und das jetzt mit, das sich da irgendwie so runter, so abseilt wie Spider-Man und sowas. Hat er alles gar kein Problem, zack, zack, zack. Und dann ist es irgendwie in einer Viertelstunde, 20 Minuten ist es dann gemacht. Und dann kann ich dann irgendwie einen Spruch draufsetzen und so. Und so läuft es im Prinzip. Von Anfang an waren wir schon zusammen beim Stinkefinger ein und bei den Texten und bei den Ideen. Und mittlerweile würde ich sagen, ist es so 70, 30, 75, 25, so ungefähr, dass ich mehr die Texte mache. Und der José dann halt die Ideen und auch ein paar Texte einbringt. Okay, alles klar. Also man kann schon sagen, José macht die ganze komplette Zeichnung, macht vielleicht sogar die Idee für die Zeichnung, die offensichtlich von ihm ausgeht. Und du machst dann weite Teile noch den Feinschlöff, meine Dinge, des Textes. Ja, aber auch grundsätzliche Ideen kommen auch von mir. Also das geht beides. Also wir arbeiten, wir arbeiten ja schon seit, boah, jetzt muss ich mal, seit zwölf Jahren arbeiten wir ja schon miteinander. Also das ist ja unglaublich. Also da, wo du geboren worden bist, paar Jahre später, paar Jahre später, da habe ich den José kennengelernt. Und ja, und seitdem arbeiten wir halt, das ging relativ schnell bei uns. Also der José, willst du eigentlich, hast du mir eigentlich schon die Frage gestellt, wie ich den José kennengelernt habe? Wenn du das gerne erzählen möchtest, nee, einfach nicht. Aber das wäre jetzt der optimale Zeitpunkt, um es vielleicht mal zu erwähnen. Lass mich raten, ich bleibe morgens nebenan da aufgewacht und wusste nichts mehr vom Vorhaben. Ja, genau, genau. Wir waren voll wie die Pisspötte und haben gedacht so, äh, wer bist du denn? Äh, keine Ahnung. Und dann habe ich, ach, du kannst doch zeichnen und so siehst du aus. Nee, Quack. Ähm, es war so, dass wir, äh, wir haben im gleichen Verlag haben wir veröffentlicht, damals im Verlag M. Naumann, äh, ist ein Hanauer Verlag gewesen und, ähm, und wir hatten eine Messe und der José hatte sozusagen den Slot vor mir. Also der hat so gezeichnet für die Leute und ich kam dann danach, äh, im Prinzip und sollte damals meinen, was war das denn, äh, 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 meinen Roman, glaube ich, oder ich hatte dann damals einen Roman bei denen dann veröffentlicht, äh, und sollte dann halt signieren einfach. Also das war so, jeder hat so eine Stunde gehabt, um da so zu präsentieren, auf so einer kleinen Messe irgendwo. Und der, äh, und der José saß dann da und ich kam halt früher und habe mir das angeguckt und er wusste gar nicht, wer ich bin und so. Und dann habe ich so, ach, guck mal, das Buch, das kaufe ich und zeichne mir mal so eine Giraffe rein. Äh, und der so, ja, kein Problem. Giraffe weiß ich nicht. Warum? Einfach nur, ich habe gesagt, Giraffe. Und dann hat er das gemacht und ich war total geflecht, weil er das einfach so, einfach so, also wirklich, also es war für mich unglaublich, dass das einfach so aus dem Handgelenk so eine Giraffe da so reinzeichnen konnte und die sah auch noch geil aus und so. Und ich so, alter, was machst du denn da? Das gibt's doch keinen. Einfach so. Und ich hatte ja vorher auch schon, ähm, Comics habe ich ja auch schon selber gezeichnet, äh, ähm, weil ich genötigt worden bin vom Verlag dazu. Ich habe da so einen Text abgegeben und die haben gesagt, kannst du das auch als Comic? Ja, klar kann ich das als Comic. Ich habe noch nie gezeichnet in meinem Leben und dann haben die, habe ich dann halt Comic gezeichnet. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann, ähm, und dann habe ich nur gesagt, wie geil ist das denn eigentlich? Dann haben wir halt uns unterhalten, so wie wir beide uns jetzt unterhalten, hier einfach ganz locker. Und, ähm, da habe ich den Rosé zu meiner Radiosendung eingeladen, äh, wo mein Radiokollege gesagt hat, was willst du mit einem Comiczeichner in der Radiosendung? Was soll das für eine Scheiße sein? Das bringt ja gar nichts, du kannst nichts zeigen, du kannst nur irgendwie ein Kram erzählen. Äh, will ich nicht. Dann habe ich gesagt, naja, ich möchte ihn aber gerne da haben. Dann habe ich darauf gewartet, dass mein Kollege im Urlaub ist und dann habe ich den Rosé eingeladen. Und noch in der, noch in der Sendung, beziehungsweise während der Sendung, in der Pause, hat der Rosé mich gefragt, sag mal, hast du Lust, dass wir mal einen gemeinsamen Comic machen? Du machst die Texte und ich mache die, ähm, Zeichnung. Und das war dann tatsächlich auch das Buch, ähm, Single Defekt, Handkäs sucht Musik. Und das war auch ein hessisches Buch, äh, und, ähm, und da haben wir das, das erste Projekt im Prinzip gestartet. Und während dieses Projektes sind dann auch die Zahnindianer entstanden, unserer Kinderbuchreihe, unsere, unsere größte. Reihe insgesamt. Und, ähm, mit den Zahnindianern, äh, sind wir dann halt sozusagen gewachsen und, äh, ja, und haben uns kennengelernt und sind super Freunde geworden mittlerweile. Von den Zahnindianern habe ich gelesen, das ist wohl eine Reihe, die man exklusiv halt im Rahmen von kinderpädagogischen Geschichten und wahrscheinlich Zähneputzen, glaube ich, irgendwie kriegen kann. Ja, Zahnvorsorge im Prinzip. Ja, genau. Ja, es sind, äh, äh, mittlerweile, äh, mehrere Hardcover-Bücher, ganz viele von diesen Minibüchern, äh, und wir haben schon Zeichentrickfilme gemacht von den Zahnindianern. Und es gibt ganz viele, so, Merchandise-Produkte, die dann halt von der Jugendzahnpflege an verschiedene, äh, an verschiedenen Schulen und Kindergärten in ganz Deutschland verteilt werden. Das ist von Kopfschmuck bis hin zu Untertüten und Rätselseiten, der ganze Kram gibt's von Zahnindianern, aber die Geschichten an sich, äh, da gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, 15 Bücher oder so was. Oh, wow. 15, glaube ich, ja. Genau. Das ist immer schön, wenn man solche Projekte auch regelmäßig noch am Start hat, die einfach auch ein bisschen Geld ins Haus bringen. Ich meine, kann ich zumindest nach, glaube ich zumindest, dass es so sein könnte. Und es freut mich sehr, dass es da solche Projekte auch auf deiner Seite gibt. Ich denke allerdings, dass die Zahnindianer eine ganz andere Zielgruppe haben, als dass das Stinkefinger-Einhorn hat. Ja, ja, völlig, völlig. Also das Stinkefinger-Einhorn gibt's ja nicht nur als Signatur in Büchern, die überhaupt nichts mit dem Stinkefinger-Einhorn zu tun haben. Das gibt's unter anderem auch in einem eigenständigen Hardcover, das in einem Titus-Verlag geschieden ist, den du auch ganz gut kennen solltest, soweit ich weiß. Und dann sollte es auch, glaube ich noch, das hab ich auch gelesen, ein kleines Comicheft geben, ebenfalls beim Titus-Verlag. Erzähl doch mal, Werder, was ist eigentlich der Titus-Verlag? Der Titus-Verlag, das ist mein Verlag, den hab ich gegründet, gemeinsam mit einem Partner, der dann nach, ich glaub, zwei Jahren oder sowas ist er dann ausgeschieden worden. Nein, Quatsch. Nein, wir haben uns dann getrennt einfach und sind immer noch gute Freunde, aber das war einfach nicht sein Ding, diese Verlagsgeschichte. Das war aber eher mein Ding gewesen. Und deswegen ist er dann in seinen Beruf wieder zurückgegangen und dann haben wir das weitergeführt. Aber von Anfang an hatten wir beim Titus-Verlag im Prinzip das Konzept gehabt, dass wir Auftragsarbeiten machen. Das heißt, wenn jemand ein Buch braucht und irgendein Thema bearbeitet haben möchte, dann haben wir uns dann auf dem Plan gesehen. Und das haben wir von Anfang an recht erfolgreich eigentlich gemacht und das ist dann immer gewachsen. Und mittlerweile sind das halt unheimlich viele Bücher, die man so gar nicht unbedingt jetzt weitläufig kennt, aber die halt dann in den einzelnen Bereichen von den Kunden eingesetzt werden und die dann von uns kommen. Und teilweise weiß man gar nicht, dass es von uns kommt. Und das wird dann sozusagen als Merchandise-Produkte angelegt. Ist ja so ähnlich wie mit der Sparkasse und mit dem Salamander, die ich vorhin erwähnt hatte. Das ist ja auch nichts anderes gewesen, als diese Figur dann in Buchform zu präsentieren in Verbindung mit dieser Firma. Und das machen wir halt sehr, sehr häufig. Ob das jetzt der Frankfurter Flughafen war oder die Eishockey Löwen in Frankfurt oder was auch immer, Hertha BSC, da haben wir auch Sachen gemacht für. Und ganz, ganz viele. Also ich könnte jetzt ganz viele erwähnen, aber das wird jetzt zu weit führen. Das sprengt den Rahmen vielleicht, ja. Ja, ja, genau. Also wenn du jetzt noch dreieinhalb Stunden Zeit hast, können wir über jedes einzelne Projekt, nee, wenn du noch zehneinhalb Stunden Zeit hast, können wir über jedes einzelne Projekt reden. Machen wir vielleicht mal privat, wenn es irgendwann die Gelegenheit dazu gibt. Denn so weit weg wohnen wir ja nun wirklich nicht auseinander. Was bist du denn? Wo bist du denn? Ja gut, also ich wohne ja südlich von Frankfurt und das ist jetzt alles irgendwie Hessen, ne? Ja, 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 klar. Dann sind wir ja ganz in der Nähe. Quasi. Ja, aber jetzt ist das Stinkefingereinhorn auch wie gesagt, das ist so ein Cartoon und das ist schon ziemlich haut drauf und das ist auf jeden Fall auch eine ganz besondere Form von Humor. Was ist denn eure Zielgruppe oder wer ist denn eure Zielgruppe für dieses Stinkefingereinhorn? Also definitiv Menschen, die halt älter sind, über 18, das ist eigentlich die Zielgruppe, wobei es sehr viele Jugendliche auch gibt, die das Stinkefingereinhorn mögen, das sehen wir immer wieder. Aber eigentlich vom Humor her, weil es ja um Sex, Drugs und Rock'n'Roll geht im Prinzip, das ist schon ab 18 und dann so, ich würde mal sagen Mitte 50, so in diesem Bereich. Ja, alle, die irgendwie wissen, dass es im Leben nicht immer einfach ist und dass man echt Scheiße bauen kann und dass man aber trotzdem irgendwie Spaß haben kann und dass man das Herz auf dem richtigen Fleck haben muss, aber auch einfach reden kann, wie der Schnabel einem gewachsen ist. Und trotzdem ist der andere nicht böse und so ist das Stinkefingereinhorn. Also es babbelt die ganze Zeit irgendeinen Käse und macht seine Sprüche und ist natürlich auch in die Sibylle verliebt, das ist das einzige weibliche Stinkefingereinhorn und immer wenn er kurz, und er will gerne Sibylle ins Bett kriegen. Also der ist verliebt in die, der will diese Stinkefingereinhorn haben, also Sibylle. Aber vielleicht ist es auch so, dass er sie haben will, weil er sie nicht kriegen kann. Also man will ja immer irgendwie ganz doll irgendwas, nur weil man es nicht bekommt. Ich glaube, wenn er Sibylle irgendwann hätte kriegen können, sozusagen, dann wäre sie nach einem Tag nicht mehr interessant gewesen, so wie alle anderen auch, aber weil sie halt irgendwie, das ist so ein Zielobjekt für ihn und der will halt unbedingt mit der Sibylle und er ist so verliebt in sie und so, aber er schafft es irgendwie nicht, weil immer so kurz vor nackig, da nimmt er die falsche Abbiegung und den falschen Spruch und dann, ach, und sie sagt dann, weißt du was, lass mich doch einfach in Ruhe. Und das sind so Situationen, die jeder kennt, aber mit 13, 14, 15 kennst du das noch nicht so und deswegen müssen das halt schon Leute lesen, die halt ein paar Jahre älter sind. Also ich würde mal sagen 18 aufwärts. Das ist eine Figur, die jetzt vor allem über so ein Panel-Geschichten, also klassische Cartoons funktioniert. Es gibt schon auch mal Geschichten, die mehrere Panels haben, wo dann eine Art Story drin ist, sag ich mal, aber es läuft letztlich immer auf diesen einen Witz, auf diesen einen Humor, auf diesen einen Spruch irgendwie hinaus. Das muss man irgendwie auch können. Hast du da Erfahrungen schon gehabt in dem Bereich? Hm, lassen Sie mich überlegen. Eigentlich nicht. Also es ist so, dass ich mit dem José schon eine ganze Zeit lang irgendwie gearbeitet habe und mit ihm, er ist ja Großmeister in sowas, wenn man beim José mal reinschaut, José-Comics heißt es glaube ich auf Instagram oder Minus-Comics, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Und wenn man da schaut, der ist ja, der ist ja der König von diesen Ein-Bild-Panels, neben den anderen zwei, drei noch, die es gibt, ich weiß, aber, ähm, aber der José, also für mich ist der, wie gesagt, der ist der Knaller und, ähm, und der macht ja mit seinen Vögeln ganz viele Sachen, also die, die Vögel, also richtig, nicht Vögeln wie die Sache, sondern Vögeln, die, die Tiere, ne. Ähm, mit seinen Vögeln macht er da, ähm, ganz viele Witzchen und sowas und das ist, ähm, da hab ich vorher schon mit dem José halt, da hab ich mich ausgetauscht und wir haben da Comics gemacht und dann haben wir für, für, für Zeitungen dann sowas angeboten und so und das wurde ja auch alles oft genommen und dann, äh, veröffentlicht und dann jeden Tag irgendwie eine, äh, ein Comic, ein Cartoon in dieser Zeitung und dann in dieser Zeitung und in dieser Zeitung und sowas und da haben wir schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt, ja, aber so richtig drüber nachgedacht hab ich nicht, ob ich ja Erfahrung hatte, nö. Eigentlich nicht wirklich, nö, hab ich einfach gemacht. Gut, als Autor hast du schon entsprechende Erfahrungen, weißt du, wie du was schreiben musst und so und das ist natürlich das Thema Humor, auf das ich gleich gerne noch zu sprechen kommen möchte, denn, was ich hier grad in der Hand halte, ist dieses Hardcover, das es gibt, das ist damals ja offensichtlich über eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne finanziert worden und ja, jetzt leben wir in einer Zeit, in der Humor eine Sache ist, da muss man echt ein bisschen aufpassen, ne, also es gibt ja Dinge, die sind, nicht jedem gefällt Mario Bart, aber das war und ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten, äh, Comedians, die wir in Deutschland haben und nicht jedem gefällt Satire, die ein, 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 meinetwegen zum Beispiel auch ein Nur macht, der dann mal einen blöden Satz sagt und eine Menge blöde Sätze sagt und sich dann irgendwie ganz schön vergreift und innerhalb kürzester Zeit auch wieder weg vom Bildschirm ist. Humor ist eine Sache, die wird immer ganz kritisch gesehen, grad zur Satire, wenn es grad in die Richtung gehen soll oder eben auch, wenn es ganz, sag ich mal, platter, offensichtlicher Weglachen-Humor ist, dann muss man da, grad in Deutschland, finde ich, immer aufpassen, wir sind eine Nation, die da sehr kritisch mit umgeht und auch bei weitem nicht über alles lacht, man sagt uns oft nach, wir würden zum Lachen in den Keller gehen. Wie siehst du das? Wie ist da deine Einschätzung? Ich kann mir vorstellen, dass das Stinkefingereinhorn nicht ausschließlich nur positive Resonanz bekommen hat, wenn es um das Thema Humor geht. Nein, definitiv nicht, also es ist halt so, dass das Stinkefingereinhorn paralysiert total, also das ist so, ja, also es ist, entweder man mag es oder man mag es nicht, also irgendwie dazwischen gibt es so wenig, ne, und nicht paralysiert, sondern polarisiert, ich hab die ganze Zeit über dieses Wort nachgedacht, kennst du das, wenn du so was sagst und du kommst nicht drauf, aber du musst weiterreden und dann denkst du so, Mensch, das war doch scheiße, was du da erzählt hast. Bei einem Podcast ist voll gut, da kann man dann einfach schneiden. Ne, ne, hier wird nichts gestimmt, das kannst du drin lassen. Ne, polarisiert, genau, das paralysiert, also paralysiert manchmal auch, wenn du sagst, huch, was ist das für eine, oh, ne, also polarisiert, man mag es, man mag es nicht und, na klar ist es bei Humor so eine Sache, es gibt beispielsweise der José, der ist ja der Erfinder vom Stinkefingereinhorn und der macht auf seinem eigenen Account, bei Instagram macht er ja ganz viele Sachen mit seinen Vögeln und die sind ja ganz brav und ganz lieb und sowas und wenn er da mal einen Stinkefinger ein und Comic bringt, dann erntet der ja relativ häufig auch negative Resonanz, ne, das bedeutet, dass ganz viele Leute sagen, also das mit einem Stinkefinger, das finde ich nicht gut, ne, also das ist nicht, das ist nicht dolle, ne. Und bei den Vögeln, da ist es halt mehr so Mainstream, würde ich jetzt sagen, die mag man, also die kann man eigentlich gar nicht mögen, entweder findet man sie langweilig oder so, weiß ich nicht, aber man findet sie nicht scheiße. Und beim Stinkefingereinhorn ist tatsächlich so, man kann es auch mal scheiße finden und es ist auch okay, also man, das Stinkefingereinhorn benimmt sich ja auch mal daneben und das haut man einen Spruch raus, das zu viel ist und so, aber das ist der Charakter des Stinkefingereinhorns und wenn man das abkann, dann muss man das Stinkefingereinhorn im Prinzip lieben. Aber Humor, wie du schon sagst, das ist tatsächlich etwas, was nicht so einfach ist, gerade bei uns hier in Deutschland, ich kenne das von mir selbst, also ich finde auch nicht alles geil, was ich im Fernsehen sehe. Mario Barth, hast du ja erwähnt, den fand ich am Anfang voll geil, mittlerweile kann ich ihn nicht mehr hören, Dieter Nuhr ähnlich, ja, aber das ist so, das ist so eine Sache irgendwie, man muss einfach, ich glaube man muss einfach machen und wenn es den Leuten zu einem gewissen Anteil gefällt, hast du dein Publikum und dann ist es doch gut, also es muss ja nicht jeder irgendwie das toll finden, das ist definitiv nicht das Ziel, also wenn es ausreichend, eine ausreichende Menge an Leuten es okay findet, dann bin ich schon total zufrieden. Ja super und offensichtlich gibt es genug Leute, die auch ein Interesse am Stinkefingereinhorn mitbringen, denn nicht ohne Grund hat die Crowdfunding-Kampagne offensichtlich geklappt, hat sie doch, oder? Ja, ja, hat geklappt, wunderbar, also war richtig gut gewesen, wir haben dann dieses Buch produziert und das Buch war dann Grundlage für viele andere Sachen und wir haben ja mittlerweile mit dem Stinkefingereinhorn so viele coole Produkte sozusagen am Start, die wir den Leuten anbieten können, also nicht zuletzt unseren Schnaps Stinkefingereinhornkorn, das ist ja, das haben wir dann später mit den Jungs von Ficken gemeinsam gemacht, Weltklasse, das haben wir ja auch auf deren Stand sozusagen erfunden, das Ding und deswegen musste das einfach kommen, aber es geht natürlich in Bezug auf die Bücher, geht es weiter, es gibt ja dieses Softcover-Buch Liebe macht schön und jetzt demnächst kommt das Kochbuch Kochen macht sexy und diese ganzen Geschichten, das wird alles, das wird weitergeführt, das ist halt so der Plan. Ach cool, sehr gut, also da kommt offensichtlich noch viel neuer Content und gerade zum Korn, da wollte ich nochmal fragen, das ist natürlich auch perfekt, es passt ja für die Faust aufs Auge, eines der Themen, die das Stinkefingereinhorn thematisiert, die das Stinkefingereinhorn auf dem Zettel hat, ist das Ballern bis der Arzt kommt und wenn es nicht mehr geht, machen wir trotzdem weiter und am nächsten Morgen natürlich nochmal, das ist so ein bisschen auch eins wirklich der Themen, die hier dann Teil des Stinkefingereinhorns sind. Der Korn, wenn ich mal so fragen darf, ist der mehr so Begleiterscheinung zum Comic oder ist es inzwischen eigentlich der Comic und die T-Shirts und hast du nicht gesehen, Merch zum Korn? Also es hat sich tatsächlich ein bisschen gewandelt, weil wir, wenn wir so ein bisschen wirtschaftlich denken, mit den Büchern nicht so wahnsinnig viel verdienen können, rein theoretisch. Also es ist ja so, jeder hat mal irgendwie ein Buch gekauft und dann muss man nachproduzieren und dann kann jeder dieses Buch auch nochmal einmal kaufen. Also das ist halt, wirtschaftlich gesehen ist es halt eine endliche Nummer. Aber beim Korn ist es ja so, wenn er alle ist, musst du nachkaufen und von daher ist es ja definitiv so, dass wir den Korn produzieren und den gerne verkaufen möchten und das Stinkefingereinhorn dazu anregt, als Figur so davor zu stehen und zu sagen, hier, ich bin cool und ich bin lustig und wenn du Bock hast, dann probier auch mal den Korn und vielleicht ist das für die nächste Party was. Dann kannst du genauso feiern wie ich und so. Also es hat sich so ein bisschen, nicht gewandelt, aber egalisiert so ein bisschen. Also beide Sachen so auf einer Ebene, klar, weil wir können ein bisschen verkaufen und ein bisschen auch unsere, die goldenen Pampers von unseren Kindern finanzieren. Aber letztlich ist es so, dass die Comics Grundidee waren und weiterhin geführt werden und das ist ja, das muss einfach so sein, das Stinkefingereinhorn muss weiterleben. Auf jeden Fall, leider hast du vergessen, bei dem Paket hast du mir geschickt, eine Flasche mit dazu zu packen. Ob die alles schmeckt, kann ich leider nicht beurteilen, das müssen wir an anderer Stelle sagen. Das muss man ändern. Unter Umständen, ja, das Stinkefingereinhorn, der Korn, ich sehe gerade so ein Bild, der ist ja so lustig gelb und gelben Korn habe ich noch nicht gesehen. Hat das einen Grund? Ja, das ist ein Apfelgeschmack. Apfelkorn. Ah, sehr gut, alles klar. Und das ist so ein leckerer Apfelkorn, der schmeckt so wie der Apfelkorn von früher. Also es ist nicht so ein mit Industriealkohol und der ganze Kram da, wo du den echt nicht trinken kannst mittlerweile, sondern das ist richtig leckeres Zeug, wie es früher vor 20, also nicht du, aber vor 20, 25 Jahren noch trinken konntest. Und deswegen ist es halt ein Knaller. Ab dem dritten schmecken die doch eh alle gleich, aber vielleicht hat eure... Nee, ab dem ersten, ab dem ersten schmeckt der schon. Alles klar, sehr gut. Ja, prima, das ist unser kurzer Abstecher zu, oder längerer Abstecher zu, Stinkefingereinhorn und allem, was es dazu gibt. Wenn ihr euch da draußen einen Eindruck davon verschaffen wollt, ob das Stinkefingereinhorn was für euch ist, ob das ein Humor ist, mit dem ihr was anfangen könnt oder eben auch nicht, dann schaut auf jeden Fall auch mal bei dem Instagram-Profil da vorbei, dass es gibt. Das habe ich die Tage auch gemacht. Und da gibt es einen sehr guten Eindruck von den Inhalten der Comics und ja einfach von den Dingen, die ihr da so raushaut. Und da schaut einfach mal hin, wie immer findet ihr alle relevanten Links in den Shownotes und auch den zu Instagram, werdet ihr da unten finden. Yo, jetzt habe ich hier nicht nur ein total tolles Lesezeichen vom Stinkefingereinhorn neben mir liegen, ich habe außerdem noch etwas, das ist ja total so ein bisschen auch der Aufhänger für unser heutiges Gespräch, denn es soll um die Schlümpfe gehen, die dich ja offensichtlich auch comicmäßig total geprägt haben. Du bist ja, und ich hatte dich zu Beginn schon mal erwähnt, auch quasi Mundart-Autor und ich habe die Tage, ich weiß nicht genau, wo es war, HR, Dreisat, Arte, whatever, einen Bericht über dich gesehen, wo du auch genauso vorgestellt wirst und du sagst von dir selbst, du sprichst Deutsch, Englisch und Hessisch und das ist auch mein Eindruck. Das ist auf jeden Fall so dein Ding. Fangen wir vielleicht mal kurz zur Mundart an. Was ist denn aus deiner Sicht das ganz Besondere an der hessischen Mundart? Sind es die besonders sympathischen Menschen, die es sprechen? Was kannst du uns zum hessischen sagen? Also im hessischen ist es ja so, also mein Eindruck ist, wenn ich hessisch höre, dann muss ich lachen. Also das ist, du kannst mit Leuten dich auf hessisch streiten und es ist witzig. Also es ist einfach, hessisch babbeln ist einfach irgendwie Humor ohne Ende. Also wenn ich mir so alte Folgen von Blauer Bock angucke oder sowas, da kann der ja sagen, was er will. Der kann ja, auf hessisch kann er ja das Telefonbuch vorlesen und ich lade mich tot. Also das hessische ist für mich so humorlastig, dass ich es so gerne schreibe und die ganzen Begriffe, die es halt gibt von Lumbesäckel und Babsack und sonst irgendwas, die es ja in anderen Dialekten dann in dieser Art und Weise nicht gibt. Die haben dann wieder ihre eigenen Sachen. Also wenn du richtig im Dialekt drin bist und das ist mit vielen anderen Dialekten auch so sicherlich, aber mit dem hessischen ist es halt, finde ich, ganz besonders, dass du, wenn einer hessisch babbeln kann und du das irgendwie so vor Augen hältst, wie der babbelt, dann findest du es einfach lustig. Also ich find's sauwitzig. Und deswegen ist es halt für mich total schön, auch solche Projekte wie mit den Schlümpfen auf hessisch zu arbeiten, weil das Ganze dem nochmal einen Kick gibt. Meines Wissens bist du ja in Hessen geboren und aufgewachsen und jetzt mal Hand aufs Herz, sprichst du im Alltag auch so klassisch hessisch? Weil klassisch hessisch gibt's ja so in der Form auch eigentlich gar nicht, ne? Nee, klassisch hessisch gibt es nicht wirklich. Also in Hessen ist ja, in Nordhessen sprechen die wieder ganz anders und in Südhessen halt dieses, also sagen wir mal so, Frankfurter hessisch wurde halt so als Referenz genommen bei dem Buch, wie ich schreibe. Und wie ich schon erwähnt habe, Heinz Schenk, die Sachen, so Bambel und der ganze Kran. Und ich spreche aber, wie man jetzt in dem Podcast auch wahrscheinlich gehört hat, ich spreche ja nicht hessisch. Also ich spreche schon relativ Hochdeutsch und manchmal trifft ich so ein bisschen ab, aber wenn ich mit jemandem hessisch babbeln will, dann muss der auch mitmachen. Und wenn der mitmachen tut, dann kann ich auch hessisch babbeln. Aber das ist halt so ein Prozess. Ich kann dann umschalten, aber von selbst ist es halt, ja, mach ich nicht so, weiß ich auch nicht. Das heißt, die Gute-Nacht-Geschichte wird nicht auf Hessisch vorgelesen. Kann ich doch. Kannst du. Ich habe meiner Tochter, habe ich die Schlümpf auf Hessisch vorgelesen beispielsweise. Und dann war es dann so, dass ich dann irgendwann ein anderes Band genommen habe, weil die gesagt hat, Schlümpf, Schlümpf, ich will die Schlümpf nochmal hören und sowas, irgendeine andere Geschichte. Und dann habe ich die dann vorgelesen und dann hat sie dann irgendwann gefragt, Hä, Baba, die reden jetzt aber komisch. Ja, das ist jetzt Hochdeutsch. Die redet gar nicht so. Die redet gar nicht hessisch. Was ist das dann? Ja, geil. Die Schlümpfe ist natürlich wirklich so eine der großen Comic-Marken, auch aus dem franco-belgischen Bereich. Ich kenne die, ehrlich gesagt, gar nicht so gut. Ich habe natürlich als Kind auch die TV-Serie gesehen. Und das war für mich das, womit ich die Schlümpfe verbunden habe. Ich habe das ein oder andere Mal auch in die Schlumpfalben reingeschaut, die es auch gibt, die alle auch rufdeutsch sind. Und jetzt ist das einfach auch eine Reihe, die gibt es schon seit einer halben Ewigkeit. Die kennt man auch, wenn man ein richtig klassischer Comic-Fan ist und vielleicht sogar Alben sammler, dann muss man da nichts erzählen. Was ist denn aus deiner Sicht das Besondere an den Schlümpfen? Also das Besondere an den Schlümpfen ist ja im Prinzip das, dass es wirklich jeder kennt. Also es ist, du musst ja kein Comic-Fan sein, sondern meine Oma kennt die Schlümpfe und die heutigen Kinder, die Kleinen, die kennen ja auch die Schlümpfe. Und wenn du mal fragst, wer kennt jetzt irgendwie die anderen großen Sachen, na klar, Mickey Mouse und sowas und Donald Duck kennen sie auch alle. Aber wenn du jetzt irgendwie anderen fragst, so Asterix oder Lucky Luke, also meine Oma kennt davon nichts. Aber die kennt die Schlümpfe und wenn du die Leute fragst, dann weil es die kleinen Figürchen gibt und das ist ja so weit verbreitet, dass es halt schon besonders ist, wie bekannt die eigentlich sind. Aber da hast du recht, die Bücher, die Bände sind im Vergleich dazu eigentlich nicht so sehr bekannt. Also da musst du schon Fan sein, um die Bücher dann entsprechend zu lesen und die zu kennen. Das ist dann schon eine andere Nummer. Dann in dem Moment, da ist dann wieder diese Lucky Luke und Asterix und sowas dann bekannter. Und die Schlümpfe haben in den Geschichten, und das weiß dann halt auch man eigentlich nicht so wirklich genau, die sind ja sehr sozialkritisch. Also die ersten zehn Bände von den Schlümpfen beispielsweise, die gehen ja nur um sozialkritische Themen im Prinzip. Und das ist ja das Besondere an den Schlümpfen im Prinzip, dass die über diese kleinen Figürchen dann Themen ansprechen, die wir alle irgendwie kennen und die dann halt so, die halten uns dann in dem Moment den Spiegel vor. Also beispielsweise im Band Nummer zwei, Schlumpfismus, König der Schlümpfe, da geht der Papa Schlumpf, muss irgendwo hin und muss dann irgendwie einen anderen Heilmittel irgendwo erkunden oder sowas. Und dann fragen die Schlümpfe, wer ist denn jetzt unser Anführer? Und dann kristallisiert sich irgendeiner raus, der dann halt die anderen zum Wählen bringt und dann wird demokratisch gewählt. Und er ist dann demokratisch gewählt und nutzt es dann aus, als König der Schlümpfe. Und in Anführungsstrichen unterdrückt die anderen mit seiner Vormachtstellung. Und das ist ja schon etwas, was in der heutigen Zeit oder grundsätzlich ja immer ein Problem war bei den Menschen. Also in dem Moment, wo du an die Macht gekommen bist, hast du es ausnutzen können. Und das war bei den Schlümpfen auf ganz, ganz, ganz zarte und kindliche Art und Weise dargestellt, das Ganze. Aber trotzdem sozialkritisch. Diese Geschichte, die du gerade erwähnt hast, die erinnert mich auch tatsächlich an eine der ersten Folgen, TV-Serien, also Folgen, die es eben von der Animationsserie gibt, von der Trickfilmserie. Die gibt es, glaube ich, gerade auf, keine Ahnung, Netflix ist es, Prime Video, wo auch immer. Ich habe die da gesehen. Gibt es ganz offiziell und legal, könnt ihr mal schauen. Und da war es genauso, dass Schlaubi-Schlumpf quasi sich zum Diktator aufschwingt. Ist das genau diese Geschichte, ja? In der Buchgeschichte ist es nicht Schlaubi-Schlumpf. Schlaubi-Schlumpf hat sich mit zur Wahl gestellt und wird dann von einem anderen ausgebotet, weil der nämlich vor der Wahl Versprechungen macht den anderen, weswegen sie ihn wählen sollen. Und da geht er zum Torti und sagt dann so, ja, wenn Torti, wenn du mich wählst, dann bin ich dafür, dass alle einen Kuchen bekommen und sowas. Und er so, was toll, dann muss ich dich wählen. Und dann geht er zu dem Fauli und sagt, Fauli, wenn du mich wählst, dann muss keiner mehr arbeiten. Er so, was ist toll, dich wähle ich und sowas. Und da kriegt er dann halt sozusagen, in dem Moment botet er den Schlaubi aus. Und es kann sein, dass in der TV-Version der Schlaubi dann derjenige war. Aber eigentlich im Buch ist es nicht der Schlaubi. Ja, okay. Vielleicht auch zu diesem Sozialkritischen, damit wir dann auch jetzt mal konkret aufs Buch zu sprechen kommen. Von den Schlümpfen, insbesondere von ihrer Comic-Geschichte, wusste ich, wie gesagt, nicht so viel. Aber eine Information, die hatte ich. Und zwar, dass man meines Wissens zu Unrecht, und ich werfe jetzt hier ein paar Schlagworte ein, die du dann gern aufklären kannst, den Schlümpfen, insbesondere der allerersten Geschichte im Band, auch einfach Rassismus vorgeworfen hat. Aus zunächst offensichtlichen Gründen, nämlich, dass da die bösen schwarzen Schlümpfe sind. Und die müssen halt irgendwie, die sind böse und die machen alle anderen guten Schlümpfe, die blauen nämlich auch böse. Und dann gibt es da so ein bisschen, wie gesagt, Rassismus-Vorwürfe, die es auch schon länger gibt. Die werden immer mal mehr, mal weniger bekräftet oder entkräftet. Jetzt ist es aber, glaube ich, meines Wissens so, dass man das relativieren muss, die Farbe schwarz und ich glaube auch die Farbe blau, die steht in irgendeiner Form auch für eine politische beziehungsweise soziale Gruppe von Menschen. Also weniger für eine Hautfarbe, als mehr für eine, sag ich mal, so eine Art Ideologie innerhalb Belgiens. Denn der Autor und Zeichner, der Schlümpfe Peyot, glaube ich, wird er ausgesprochen, keine Ahnung, ist ja Belgier. Das ist also ungefähr die Information, die ich zu diesem Thema habe. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Licht ins Nuckel bringen, denn gerade Rassismus ist ja ein Vorwurf, den man hier bei dem Thema durchaus, gerade weil es um Offenbach geht, auch mal thematisieren muss. Ja, es muss einfach gerade gerückt werden, dass es nicht um Rassismus geht in dem Moment. Also letztlich ist es ja so, ich gehe das eher so an, dass man diese beiden Klischees, hell und dunkel sozusagen, also das Dunkle ist sozusagen das Böse und das Helle ist, also blond ist das Engelein und sowas und das ist das Gute. Und das sind diese beiden Klischees, da geht es gar nicht darum, wo kommt denn eigentlich jetzt der Teufel her, der jetzt irgendwie da schwarz ist oder sowas, sondern es geht eigentlich nur darum, dass zwei Farben ausgewählt worden sind. Es hätte auch Pink und Grün sein können irgendwann mal in der Menschheitsgeschichte, aber es war halt schwarz und weiß. Und letztlich ist es dann so, dass dann der Böse in der Geschichte der Schlumpf, der Schwarzschlumpf dann ist und wenn es dann halt der Lila-Schlumpf gewesen wäre, dann hätte man vielleicht irgendwie nicht Rassismus vorwerfen können, sondern gesagt, oh, die Farbe Lila wird hier verunglimpft. Das ist aber nicht so gemeint, wie man das eventuell, wenn man es böse sehen möchte, kann man es natürlich so auch darstellen. Aber es ist, wenn man die Geschichte liest, hat es nichts mit irgendwelchen rassistischen Äußerungen zu tun. Definitiv nicht. Und die Mücke, das ist in dieser Geschichte so, die Mücke, die die Schlümpfe sticht, das ist halt eine doofe Mücke. Das ist die OF-Mück, die heißt so und die kommt aus Offenbach und die ist dann irgendwie rübergekommen und hat dann die Schlümpfe gestochen und dann sind sie schwarz geworden und dann sind sie ein bisschen blöd geworden. Dass jetzt in Offenbach der Migrationshintergrund ein bisschen größer ist als in Frankfurt, mag sein, aber das ist nicht der Hintergrund. Ich selbst habe ja auch Migrationshintergrund. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf Migranten rumhacken möchte oder rumhacken werde, weil ich ja selbst Migrationshintergrund habe. Mein Großvater ist aus Kroatien. Übrigens die Aussage, dass ich Deutsch, Englisch und Hessisch babble. Stimmt nicht ganz, weil ich auch noch Kroatisch verstehe. Du hast die getroffen, nicht ich. Ja, ich habe das irgendwann mal gesagt, weil es in so einem kurzen Interview einfach, das war irgendwie, glaube ich, für das Fernsehen oder was gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da kann man irgendwie in den drei Minuten muss man nicht alles erzählen. Hier ist es ja viel cooler, weil ich kann nicht ja mal erzählen, grundsätzlich, wenn die Frage kommt. Und deswegen ist diese Geschichte mit den Rassismusvorwürfen für mich eigentlich ja, völlig Käse. Also klar, wenn man will, kann man alles irgendwie versuchen, falsch darzustellen oder mies darzustellen, aber für mich ist das nicht wirklich relevant. Ich frage mich, ob das eine gute Idee gewesen wäre und ihr habt es ja nicht gemacht und ich weiß mir wirklich nicht sicher, wie die Antwort auf diese Frage ist, aber wenn man so eine Art Disclaimer mit reingebaut hätte. Wir haben ganz aktuell zum Beispiel bei Lucky Luke auch immer wieder Rassismusvorwürfe, weil das N-Wort da fällt und weil dann eben auch ja einfach Darstellungen teilweise sehr kritisch wahrgenommen werden. Die Comicszene ist im Umbruch, sie ist immer moderner, sowohl von ihren Ansichten und Perspektiven als auch dieser Inklusionsgedanke ist selbstverständlich immer größer und da gibt es eben dann auch die Option oder die Situation, dass in Comics vermehrt so ja wirklich Disclaimer und eben ja Trigger Warnings quasi eingebaut werden. Wäre das eine Idee gewesen hier für diesen Band oder ist es eigentlich übertrieben? Vielleicht sogar. Ich finde es vom Gefühl her, also ich habe über so ein Disclaimer noch nicht nachgedacht jetzt, wo du es sagst, finde ich es vom Gefühl her übertrieben, aber es ist eine Möglichkeit, um dem vorzubeugen und dass man nicht irgendwie zu so einer Diskussion überhaupt kommt. Das wäre ein Weg, so ein Mittelweg, wo ich sagen würde, ja, okay von mir aus. Es ist nichts, wo ich jetzt sage, oh nee, gar nicht, will ich überhaupt nicht haben und aber das ist, ja, ich bin da total moderat, was es angeht. Von daher bin ich da, wäre ich da total, total offen für sowas, aber für mein Gefühl her ist es zu viel. Also ich würde da, deswegen haben wir das auch im ersten Band gar nicht gemacht, dass wir da irgendwie diese Geschichten, was machen wir im nächsten Band? Im nächsten Band geht es um Schlumpfine eventuell und dann sagen wir so, ja, aber es ist nicht irgendwie frauenfeindlich gemeint. Ja, klar ist es nicht, also weißt du, das ist ja, kannst du es ja mit allem sagen. Also es ist ja, beim nächsten Ding sagst du irgendwie mit dem Schlumpfissimus, dann haben wir dann irgendwie, ja, aber das ist nichts gegen Diktatoren. Ja, so, was machen wir denn da? Also wo hören wir auf? Ich finde ja auch diese, weil du das mit dem Lucky Luke eben erwähnt hast, dass da auch dann entsprechende, entsprechende Disclaimer dann irgendwie geschrieben werden. also es gibt ja auch diese Geschichte, dass Lucky Luke dann in den neuen Bänden nicht mehr rauchen darf. Ja, klar, kann sein, okay, aber am Ende vom Tag ist es ja immer noch ein Comic, ein Cowboy, der irgendwie durch die Prärie zieht, der hat dann einen Grashalm dann in den Mundwinkel, kann man machen, aber ich finde, das ist schon sehr viel, also wo fangen wir an und wo hören wir auf? Also wenn wir wirklich das Ganze durchziehen, dann haben wir, dann können wir uns ja noch, ist ja gut, können wir uns ja noch 150 Jahre damit beschäftigen, aber letztlich ist es glaube ich, ja, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und wir müssen vor allem auch mal klare Ansagen machen, also natürlich haben rassistische und menschenverachtende Dinge nichts in Comics verloren, egal wer die Gruppe ist. Natürlich. Natürlich haben verfassungsfeindliche Symbole da nichts verloren und eben auch Ausgrenzung jeder Art sind falsch im echten Leben wie im Comics, selbstverständlich. Und genau deshalb will ich hier auch noch mal auf den Punkt kommen, was jetzt auch den ersten Band der von den neu übersetzten Schlumpfbänder angeht, hier ist nichts rassistisch. Das Original ist glaube ich eben umstritten gewesen aufgrund des Ersteindrucks mit diesem schwarzen Schlumpf, aber ich glaube auch, dass wie gesagt, da gibt es eine eher geschichtlich zu sehende Begründung und weniger eine rassistisch. Da geht es wirklich glaube ich eher um so das politische Ding und zum anderen natürlich, ich habe es jetzt gelesen und ja, die Pandemie kommt offensichtlich aus Offenbach, aber das hat glaube ich eher mit diesem Lokalkolorit, mit diesem Zwischen Frankfurt und Offenbach zu tun. Meine Lieblingsstammkneipe in Frankfurt Sachsenhausen, da war dieser Spruch, besser in Frankfurt sterben als in Offenbach leben. Also ich kann schon ungefähr nachvollziehen, wo das herkommt. Es gibt ja überall in Deutschland diese Auseinandersetzung zwischen quasi Nachbarstädten und das ist hier auch an der Stelle nichts Besonderes, das ist ja auch älter schon als jeder, sagen wir mal, Migrationshintergrundgedanke, ist diese Feindschaft schon zwischen diesen Städten. Ja, darum ist es klar, natürlich. Und nicht, das denke ich, scheinen mehrere Leute so zu sehen, denn wie ich bereits irgendwo gehört habe, ist die zweite Auflage ja bereits in Arbeit, richtig? Richtig, ja genau. Also die erste Auflage, die war tatsächlich nach, warte mal, wie viele Stunden? Ich weiß nicht, auf jeden Fall nach neun Tagen war sie dann vergriffen gewesen. Es ging grazi-fazzi. Natürlich hatten wir auch in Bezug auf Fernsehradio und sowas sehr viel Aufmerksamkeit bekommen plötzlich, weil die gesagt haben, so boah, die schlümpf auf Hessig, da müssen wir doch irgendwie was drüber machen und sowas und das wurde dann ganz groß gehypt dann die ersten Wochen und ja, und dann war es nach dem, nach Erscheinen der Schlümpfe, nach neun Tagen war die erste, also ich habe nach neun Tagen die Informationen bekommen, sagen wir mal so, war halt die erste Auflage sozusagen vergriffen und das ist ja ganz schön, also das ist ja super, dann geht es ja weiter. Das freut mich sowohl eben auch für die neue Auflage in den Verlag und eben auch euch und also insbesondere dich und ist natürlich auch so eine Ding mit der Entstehungsgeschichte, aber fassen wir mal kurz zusammen, wie ich es gelesen habe. Die Idee zur Neuübersetzung, zu dieser Mundartübersetzung von den Schlümpfen hattest du bereits vor einigen Jahren den Verlegern gepitcht, ich glaube es war sogar Horst Gotter, da hat es ein bisschen gedauert wegen der Lizenzrechte und irgendwann gab es das Go. Offensichtlich wollen die Lizenzgeber vermutlich ja auch positive Erfahrungen gemacht haben, denn bei Asterix und Lucky Luke gibt es diese Übersetzung in verschiedenen wirklich Bereichen, wenn man so will, der Welt. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit mit dem Hannes Bender mal so ein Interview geführt über die Pott-Übersetzung von irgendeinem Asterix-Band oder so, also ich glaube, das läuft einfach sehr gut. Ist das richtig? Ja, im Asterix-Bereich ist es richtig, dass das schon seit Jahren sehr gut läuft, aber bei den Schlümpfen war das nicht so klar. Also es ist schon mit Vorsicht betrachtet worden, so gucken wir mal, mal gucken, wie es so ankommt und es hätte auch eine komplette Nullnummer sein können, weil, wie wir schon anfangs gesagt haben oder irgendwo mittendrin, die Schlümpfe als Bücher kennt man jetzt nicht unbedingt. Ja, also es gibt ja insgesamt 38 oder 39 Bände von den Schlümpfen, also als Hardcover-Bücher in der normalen Reihe, da gibt es noch so ein paar Ableger und sowas, aber letztlich sind es Bücher, die jetzt nicht so im Buchhandel einfach zu bekommen sind. Also die musst du schon bestellen und wenn du einen Asterix oder wenn du einen Lucky Luke haben willst, ist es in vielen Buchhandlungen oder den meisten ist es einfach vorrätig. Da sagst du, ich will einen Asterix haben, du kriegst einen Asterix und bei den Schlümpfen ist es nicht so und deswegen ist das, war nicht so selbstverständlich, dass man gesagt hat, ah ja gut, machen wir die Schlümpfe auf den Dialekt, alles klar, das verkauft sich schon, das ist gar kein Problem, das kriegen wir hin. Nee, das war gar nicht so, also es war am Anfang, wurde das schon mit Vorsicht betrachtet und dann haben wir gesagt, okay, mach mal ein Band, wir haben jetzt die Lizenzrechte, also es hat ja sieben Jahre gedauert, bis ich die Freigabe hatte, so nebenbei. Und dann nach sieben Jahren haben sie dann gesagt, okay, mach mal und dann waren, noch während des Schaffensprozesses haben wir dann überlegt, okay, mal schauen, wie es wird und so und ja, aber dann, nachdem es dann halt so gut angekommen ist und dann so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, waren wir uns alle sicher, ja, das ist der richtige Weg. Cool und wie gesagt, das hat offensichtlich funktioniert, das ganze Ding erscheint beim Imprint von Splitter Verlag namens Thunfisch, die ja vor allem so Thun-Dinger haben, das ist ja glaube ich so ein Ding, Cartoons quasi ist so deren, ja einfach Hauptding, ich glaube da kommt nichts anderes und es gibt ja auch schon eine ganze Menge Schlümpfe, Schlümpfbände, die man kriegt auch, ich habe die glaube ich in Bibliotheken auch schon gesehen, weil die da einfach glaube ich so ein bisschen zum allgemein gut ausgestatteten Bibliotheksgedöns gehören, das freut mich doch sehr und jetzt ist das natürlich eine Geschichte, ihr habt quasi einfach von vorn angefangen, das bohrt sich an, man hätte genauso gut aber auch irgendeine andere Geschichte wählen können, oder? Ja, ja, das stimmt, also man hätte eine andere Geschichte auch wählen können und wir haben aber den ersten Band gewählt, einfach weil wir vor sieben Jahren haben wir gesagt, ja, mach mal ein paar Probeseiten und dann haben wir einfach irgendeinen Schlumpfband rausgenommen und dann habe ich gesagt, ja, schick mir mal die PDF vom ersten und dann habe ich dann die PDF einfach bearbeitet und die haben wir dann damals eingereicht bei IMPS dem Rechteinhaber und das war dann erstmal nix und dann hieß es, ja gut, mal gucken und dann nach sieben Jahren, wie gesagt, haben sie dann gesagt, alles klar, go und dann sind wir bei dem Ding geblieben, weil wir gedacht haben, ist einfach eine coole Geschichte, weil dann ja auch die Schlümpfe sozusagen, wo sie sich befinden, auch erklärt wird dann in dem Moment, also das ist ja dann Schlumpfhausen in der Nähe vom Riederwald und da gibt es dann die Höhle nach Offenbach dann rüber und sowas und da ist der Edersee dann in der Nähe, also das passt alles zum hessischen irgendwie, das kann man natürlich auch woanders verorten rein, theoretisch, aber zum hessischen hat es auch gepasst und dann haben wir gesagt, okay, Blauschlimpf und Schwarzlimpf, das ist es, machen wir und die Geschichte, dass dann halt da ein Virus herumgeht und von der Mücke gestochen wurde, das, ganz ehrlich, das ist mir erst aufgefallen, als ich mittendrin war, also ich hatte da irgendwie gesagt so, hä, das ist ja lustig, das passt ja, also es war irgendwie so, hä, komisch, also wir haben das nicht gewählt, weil jetzt gerade Pandemie ist oder so, sondern wir haben das gewählt, weil wir gedacht haben, erster Band, alles klar, der wird gemacht und dann so währenddessen habe ich gedacht, ach Mensch, ist ja ein Ding, das passt ja mit der Pandemie jetzt irgendwie zusammen, ist ja voll geil und ja und dann ist es halt irgendwie, dann ist es gelaufen, dann war das cool. Und wie gesagt, es kann ja auch weitergehen und so, jetzt haben wir hier diesen hessischen Ansatz, wie ist das eigentlich, kann das sein, dass er sich das so besonders gut natürlich in Hessen verkauft, weil so ein Berliner wird jetzt ja vermutlich nicht zuschlagen, oder? Der hessische Band, meinst du? Ja. Ja, definitiv, also es ist ja alles regional, also es wird sicherlich so sein, dass der ein oder andere Berliner vielleicht da irgendwie dazugreift, aber nur wenn er hessische Wurzeln hatte, aber ich glaube nicht, dass die Berliner per se grundsätzlich hier den Band haben möchten, da muss man eventuell eine Berliner Fassung machen oder dann halt eine bayerische Fassung für die Bayern und sowas, also das, da gibt es, in diesen Revieren gibt es da sozusagen noch ganz viel freies Land, aber die Hessen, die Hessen, also das Band, das Buch ist für die Hessen gedacht, das ist eigentlich ganz klar. Der Comic selbst ist einer, den kann man durchaus lesen, der ist auf jeden Fall auch unterhaltsam mit seinem ganz eigenen wirklich Charme und Humor und gerade eben auch dieser Mundart bringt da natürlich nochmal eine neue Humorebene mit dazu. Ich denke, der ist auf jeden Fall auch für Kids geeignet, das kann man super cool auch vorlesen, wenn man einfach so ein bisschen vielleicht eine Mischung bringen möchte aus wirklich Kinderunterhaltung und vielleicht auch Dialekt mal wieder irgendwie beibringen, denn ich denke, viele Kids lernen so diesen ganz klassischen Dialekt gar nicht mehr. Soweit ich das immer höre, gehen Dialekte weltweit und hier eben auch in Deutschland verloren, weil die einfach nicht mehr so alltagstauglich sind. Das wäre also eine Möglichkeit, das in einer gewissen Form zu konservieren und vielleicht natürlich auch um die heimische Comicbibliothek dann noch ein bisschen mit aufzustocken. Kommt deine Lieblings- Schlumpfgeschichte eigentlich noch oder ist die hier schon im Band drin? Ne, die kommt noch. Die kommt noch? Ja, die wird noch kommen. Wir sind gerade so im Gespräch, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe, dass es die wird und dann gucken wir mal. Aber da sind ja ganz viele coole Geschichten dabei, die man, wenn man sie dann halt entsprechend übersetzt, dann auch, wenn man dann diesen hessischen Humor noch mit reinbringt, dann macht das Ganze ja, das bringt ja so ein bisschen Pfeffer noch rein. Das ist es ja. Also wenn ich so, weil du es gerade eben erwähnt hast mit dem Vorlesen für Kinder und sowas, wenn ich das meiner Tochter vorlese, dann habe ich ja selber Spaß dabei. Also du kennst eventuell diese Fernsehsendung, kennst du Thomas Marmeladenbrot oder Erdbeermarmeladenbrot mit Honig oder irgend sowas? Kennst du das? Ne, ich dachte, ich kenne alle, aber die nicht. Das ist so eine Fernsehsendung, Toms Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. In dieser Sendung ist es so, dass Tom immer darauf aus ist, ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig zu bekommen und dann erlebt er so ein Abenteuer und am Ende kriegt er immer ein halbes Erdbeermarmeladenbrot mit Honig, weil er das dann mit demjenigen teilt, den er am Ende getroffen hat. Und das ist in jeder Folge so. Aber dieser Humor und ich bin der Meinung, dass der Dirk Bach den gesprochen hat, diese Folgen, also der verstorbene Dirk Bach, dieser Humor ist irgendwie so cool, dass er für Kinder geeignet ist, aber auch die Erwachsenen haben Spaß dabei, sich das anzugucken, weil da so kleine Wortspielereien drin sind, da lachst du dich einfach kaputt sozusagen. Und da hast du Bock, mit deinem Kind sozusagen etwas zu schauen, weil ganz viele Sachen heutzutage sind ja so, also wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, Elvin und die Chipmunks zum Beispiel, wenn ich das mit meinem Sohn gucke, denke ich, Alter, was eine Scheiße. Also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und er will immer so, Papa, guck doch, wir gucken mal zusammen und sowas. Nee, also das ist irgendwie so total doof. Aber wenn ich Tom und er bei meinem Ladenbrot mit Honig da irgendwie schaue, dann habe ich Bock drauf. Und genau so bin ich ja eigentlich auch eingestellt in Bezug auf diesen Schlumpfband. Also den Schlumpfband kannst du dir als Erwachsener durchlesen, du kannst es deinem Kind vorlesen und während du es deinem Kind vorliest, hast du selber nochmal Spaß dabei. Also das ist eigentlich so die Synergie, die dabei entsteht und das finde ich das Reizvolle. Lieber Sascha, vielen, vielen Dank für die ganzen Ausführungen zum Schlumpf. Ich denke, zum Ende unseres Gesprächs, außer du hast noch Punkte zum Band, habe ich hier noch zwei total wichtige Standardfragen, die ich hier mal stelle. Aber ich denke, mit den Schlümpfen sind wir soweit durch. Da haben wir, glaube ich, alles zu gesagt, oder? Ach, da gibt es doch so wahnsinnig viel zu erzählen, aber ich glaube jetzt, diese acht Stunden hast du nicht mehr. Leider nicht, heute nicht. Was sind denn die Standardfragen? Zum einen ist für mich immer auch die Frage des Digitalen irgendwie wichtig. Die drücke ich jedem meiner Gäste aufs Auge, denn ich persönlich mag digitale Comics ganz gern. Was hältst du davon, sowohl als lesende Person als vielleicht auch jemand, der selbst eben Comics produziert? Kannst du dir jetzt insbesondere das Stinkefingereinhorn und auch deine Schlumpfbände digital vorstellen? Also digital machen wir den Stinkefingereinhorn ja schon im Prinzip die ganze Zeit in Bezug auf Instagram. Das sind ja diese, diese, diese Einbild-Cartoons. Das funktioniert gut, glaube ich, wenn es diese kurzen Sachen sind. Wenn es längere Sachen sind, halte ich da persönlich weniger viel davon, weil ich dieses, dieses, dieses Wischen auf dem, auf dem Bildschirm nicht so mag. Oder ich hatte gestern erst mit meinem großen Sohn, hatte ich da die, die, dieses Gespräch gehabt, weil er dann halt irgendwie so ein, wie ist denn das, anders als Kindle? Wie heißt das? Was anders als Kindle? Ein E-Book-Reader heißt das, glaube ich. Oder Tablet, ja genau, E-Book-Reader. Und wenn du so eine, so eine, so eine Datei irgendwo hast in diesem Ding mit 300 anderen, dann ist das für mich nicht mehr so wertig. So, von meinem Gefühl her. Das Buch kann ich ins Regal stellen, ich kann es rausholen, ich kann es anfassen, ich kann darin rumblättern, ich muss ja nicht alles komplett lesen, ich kann dann wirklich, das, das riechst du ja auch, das Papier und alles, das ist alles so eine, das ist eine ganz andere Nummer, als wenn du halt so einen Datensatz hast, obwohl ich die Berechtigung der, der E-Books schon sehe, aber da bevorzuge ich tatsächlich diese kurzen Sachen und wo man dann halt wirklich nur so einen Gag hat und dann, haha, lustig und der nächste und dann, wenn man so eine ganze Geschichte lesen muss, wie bei den Schlümpfen jetzt beispielsweise, es ja so ist, das läuft ja teilweise über 30, 40 Seiten, so eine Story, da fände ich es jetzt für mich persönlich nicht reizvoll. Super, vielen Dank dafür und dann natürlich zu guter Letzt noch die Frage nach popkulturellen Empfehlungen. Was liegt bei dir auf dem Nachttisch? Was guckst du vielleicht abends mal noch für eine Serie? Wofür würdest du mal wieder, wenn sie aufmachen, ins Kino gehen oder was hörst du für Musik, wenn es dir mal nicht so gut geht? Erzähl doch mal, was kannst du uns popkulturell gerade empfehlen? Jetzt hast du mich ja auf vor. Völlig unvorbereitet. Wir reden hier über Comics auf einmal. Da kann ja sein, dass du gerade so einen Comic hast, den dir unbedingt deinen Kids empfohlen hast oder irgendwie was gelesen hast und was dich sehr berührt hat. Vielleicht auch insbesondere durch die Zusammenarbeit mit dem Verlag oder so. Das würde mich dann schon mal interessieren. Ja, also es ist so, dass ich privat was komplett anderes lese. Ganz viele politische Sachen mich interessieren. Also das ist ja wirklich ein ernster Kram. Also diesen ganzen Humorscheiß kann ich privat nicht mehr sehen. Deswegen gehe ich da wirklich an ernste Geschichten, Hintergrundinformationen, die ich brauche, damit ich die Welt verstehe. Da lese ich ganz viel in diese Richtungen, in alle möglichen verschiedenen Richtungen. Deswegen kann ich da gar nicht jetzt was rauspicken. Aber popkulturell bin ich halt eigentlich im Prinzip, ich gucke relativ viel Fernsehen, muss ich sagen. Also ich muss ganz, ich streame ganz viel. Also ich gucke nicht Fernsehen Fernsehen, sondern ich gucke halt Streaming, weil Fernsehen geht mir sowas von auf den Keks. Wenn ich die Werbung sehe, könnte ich brechen. Also in allen Regenbogenfarben. Das ist eine Katastrophe. Mein Sohn wollte letztens mal irgendwie dieses, wie heißt das, Voice of Dings da gucken, Kids. Und dann, ja hier, das gucken alle und so. Ja gut, gucken wir mal, alles klar. Habe ich dann irgendwo, habe ich dann irgendwo mal, haben wir ja gar nicht mehr eingespeichert den ganzen Film. Ja genau. Wo ist denn das eigentlich, dieses, ach so bei Satu glaube ich, ja stimmt, genau da dann irgendwie und dann, haha, okay, hier das da, alles gemacht. und dann haben wir es geguckt und dann kommt dann alles scheißnaß lang, kommt dann irgendwie Viertelstund Werbung und, und dann, und dann kommt aber auch, dann kommt erst mal die Begehrlichkeit bei meinem Sohn auf, ach guck mal, das ist ja toll, das können wir doch mal, halt die Sappel jetzt, das kaufen wir nicht. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann sage, nee, ich will diese Werbung nicht, weil das meinen Kindern irgendeine Scheiße in den Kopf setzt, die dann unbedingt, unglaublich nötig jetzt ist und unfassbar wichtig und vorher war das gar nicht der Fall und die waren total entspannt und, und das ist, das ist, das mag ich nicht, das ist totaler Scheiß. Aber ich gucke halt ganz viele, äh, ganz viele Serien, äh, was habe ich denn jetzt zuletzt, The Crown habe ich jetzt geguckt. Ach ja, da gab es die vierte Staffel, glaube ich, vor gar nicht. Ja, ja, die vierte Staffel geht dann um diese, äh, Die-Geschichte. Also nicht Lady Die, also die Sturm, die Die, stehst du? Das ist doppeldeutig, ich weiß. Ja, ja, das ist so der Stinkefinger, ein und scheiß Humor. Sehr gut. Lieber Sascha, vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir, mit uns quasi, ein bisschen über dich, deine Arbeit, deine Comics und deine anderen Projekte zu sprechen. Ich, wie gesagt, verlinke alle relevanten Informationen und Links unten in den Shownotes und ich hoffe doch ernsthaft drauf, dass wir uns in einer Welt, die irgendwann vielleicht ein bisschen kontaktfreudiger ist, als sie das heute ist, auch mal persönlich treffen können. Voll geil, dann trinken wir auch ein bisschen Stinkefinger-Einhorn-Core. Sehr gern. Ich bring zwei Flaschen mit, du eine und ich eine. Aber du bringst die mit und ich, wie sind die Flaschen, ist egal. Sehr gut. Nein, nein. Sehr schön, Sascha, dank dir. Gerne, sehr, sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben ja jetzt echt, ey, wir haben eine Stunde gebabbelt, ist ja unglaublich, du hast gesagt, eine halbe Stunde am Anfang. Ich schneide alles, wenn du willst. Wir haben komplett alles rausgefiltert, den ganzen Rotz. Ne, super cool, jederzeit wieder, cooles Format. Besten Dank, ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Ausgabe hier beim Tele-Stammtisch. Ihr habt bereits im ersten Teil dieser Ausgabe das große Interview gehört mit dem Sascha Ehler, der ganz aktuell diese neue Übersetzung der Schlümpfe anbietet und auch vom Stickefingereinhorn einiges zu erzählen hatte. Und nun ist es so weit, dass ich zwei Damen hier am Mikrofon begrüßen kann, auf die ich mich schon sehr gefreut habe. Ich hatte vorab die Gelegenheit, mir jeweils aktuellen Werke anzuschauen, durchzulesen und war hin und weg. Freue mich auch sehr, dass die beiden heute da sind. Es gibt eine Menge, das sie verbindet und auch eine Menge, das sie im Detail dann natürlich unterscheidet. Was sie zum Beispiel gemeinsam haben, ist, dass sie den von mir inzwischen sehr geschätzten Manga-Podcast Ikigai machen mit einem fantastischen Intro. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ganz viele Folgen gehört. Und was habe ich mir aufgeschrieben, wie geht es immer los? Welcome to Ikigai. Ist total angenehm. Müsst ihr mal reinhören ins Intro. Darüber werden wir heute auf jeden Fall sprechen. Und sie sind, das habe ich hier, also guck mal hier, meine Übersicht sagt mir, dass die eine von den beiden Damen Jahrgang 96 ist und bereits Wettbewerbe gewonnen hat. Diverse Wettbewerbe. Die ist ebenfalls bei Ultraverse unterwegs. Hat da ganz aktuell ihren Manga, beziehungsweise ihre Manga-Reihe Green Garden am Start. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, ich bin die Susanne. Freut mich, dass ich hier sein darf. Die zweite Dame in der Runde hat zusammen mit ihr eben diesen Podcast. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es war oder ihre Kollegin, aber ich glaube, sie steht auf Tomaten und züchtet diese auf dem Balkon. Und sie macht ganz viele Dinge. Ihre aktuelle Veröffentlichung, die innere Stimme, ist jetzt eben ganz niegelnagelneu beim Ultraverse Verlag erschienen. Auch diesen Manga konnte ich mir vorab anschauen und möchte auch darüber mit ihr heute reden. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ja, hallo, ich bin die Rakami und vielen lieben Dank, dass du bei mir das Geburtsdatum nicht genannt hast. Ich bin sehr dankbar. Stimmt das mit den Tomaten? Also ja, ich habe Tomaten auf dem Balkon und ich mag auch Tomaten, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich da so ein Feature draus gemacht habe, aber also schuldig, es wachsen wieder welche. Sehr gut. Ist ja auch wieder Saison, ne? Ich habe jetzt irgendwie in einer der ersten Ausgaben eures Podcasts habt ihr relativ ausgiebig über grünes Gekröse, Grünzeug und insbesondere auch diese Tomaten gesprochen. Stimmt, da war was. Also ja, sie wachsen, sie sind nur noch ein bisschen klein, die brauchen noch ein bisschen. Ja, teilen wir doch mal ganz vorne an. Vielleicht versuchen wir so ein bisschen auch erstmal auf euch zu sprechen zu kommen, wer ihr eigentlich seid und gehen da auch quasi immer so reih rum. Ist natürlich eine tolle Gelegenheit, euch beide mit an Bord zu haben heute und ja, über euch zu sprechen. Rakami aka Karo, um es mal auch einmal vollständig gesagt zu haben, wie sieht es eigentlich aus? Wie bist du eigentlich in diese Comicszene gerutscht beziehungsweise in diese Manga-Szene? Ja, also tatsächlich war da Animex überhaupt nicht unschuldig dran, dass ich da reingerutscht bin. Also man muss dazu sagen, ich komme vom Land um mich herum, gab es gefühlt kaum Leute, die irgendwie selber gezeichnet haben, weswegen das dann für mich voll die Offenbarung war, als ich irgendwann mal bei einem Praktikum, weil ich zu Hause nicht mal Internet hatte, dann von dieser Seite erfahren habe, die Animex hieß und dann festgestellt habe, so wow, das sind andere Leute, die zeichnen genauso gern wie ich und da kann ich auch meinen Kram hochladen und das habe ich dann relativ schnell gemacht und auf einmal war ich dann halt mittendrin. So geil, das heißt, das hat dich so ein bisschen infiziert, dieses Virus? Ja, schon, also definitiv, das war dann auch, nachdem man dann auch so die ersten Leute kennengelernt hat, sich mit den ersten Leuten ausgetauscht hat und das Witzige ist, ganz viele von denen gehören halt heute auch zu den Urgesteinen irgendwie gefühlt, dann war es halt echt um mich geschehen und ich muss halt auch sagen, ich habe damals gar nicht so unterschieden zwischen Comic und Manga und für mich war es halt einfach nur so, ja quasi kreative Leute auf einer kreativen Plattform und dementsprechend, also ich habe damals gar nicht so gesagt, so hey, das ist jetzt nur Manga, deswegen, ich glaube, ich hatte auch mein, nee, mein erster Manga, den ich inzwischen nicht mehr online habe, der war, glaube ich, in westlicher Leserichtung und ansonsten halt, danach habe ich dann schon mitgekriegt, okay, ich mache hier Manga, jetzt muss aber japanische Leserichtung. War denn bei dir viel Learning by Doing dabei oder hast du irgendwie noch irgendwie eine theoretische, also ich meine, Ausbildung zu dem ganzen Spaß bekommen? Also ich habe natürlich geschaut, dass ich alles an, was ich rankam, mir irgendwie, also irgendwie durchgelesen habe, also es gab ja diese How to Draw Manga Bücher, also die hießen damals anders oder es gab damals auch solche Magazine, die man irgendwie am Kiosk kaufen konnte, die halt auch von der How to Draw Manga Reihe waren und ich habe halt einfach dann immer geschaut, wenn denn zum Beispiel, also wenn denn zum Beispiel irgendwie ein Klassenkamerad das hatte, dass ich mir das immer ausgeliehen habe oder so, aber im Grunde war es halt echt wahnsinnig viel Learning by Doing oder auch so Learning bei Schauen, was die anderen so tun und wie sie das machen und halt auch ganz viel, dass ich halt dann angefangen habe zu gucken, hey, wie funktioniert das denn in Japan? Also ich habe mir halt dann einfach auch unheimlich viele Manga angeschaut, so viel wie halt ging, also gerade am Anfang auf dem Dorf, wir hatten halt zwei Manga rein und irgendwann hatte ich die beide und da musste ich halt weiterschauen. Ja, auf jeden Fall halt viel gucken, viel schauen, wie funktioniert das, warum gefällt mir das und dann halt immer imitieren und halt dann immer auch mit den anderen, also mit den anderen auf Animax dann auch austarieren, ob das denn erfolgreich war oder nicht, weil das Schöne ist ja auch, dass man da dann auch direkt Feedback bekommt, das heißt, wenn man dann zum Beispiel irgendwie vier Seiten hochlädt, von denen alle schwarz sind und nur eine mit Text, dann kriegt man auch relativ schnell zurückgemeldet, das ist langweilig, mach mal anders. Okay, das ist natürlich cool, so unmittelbares Feedback. Wie sieht es denn aktuell eigentlich aus? Ich habe die Podcasts wie gesagt gehört und ich glaube, irgendwann sagst du, dass du auch noch einen Alltagsjob, einen Brotjob quasi hast. Ist das mit dem Zeichen, also das Leben als Mangaka inzwischen was, wo du dir ein extra Brötchen verdienen kannst? Also definitiv beziehungsweise bei mir steht jetzt einfach auch, nachdem ich jetzt gerade, also man muss dazu sagen, ich hatte diesen extra Brotjob vor allen Dingen, weil ich nebenher auch noch so ein bisschen studiert habe und ein bisschen noch einen Abschluss beziehungsweise noch einen Titel gemacht habe und da musste halt sowohl Zeit als auch vor allen Dingen Geld für Material da sein und jetzt, wo das nicht mehr der Fall ist, ist es auch so, dass ich einfach weniger in meinen Brotjobs, das sind leider mehr als einer arbeite, einfach um die Prioritäten da richtig zu setzen und es gibt halt jetzt auch, also gewisse Jobs habe ich jetzt gekündigt beziehungsweise angekündigt, dass ich jetzt halt, wenn der Vertrag ausläuft, sie nicht mehr weitermache, einfach damit dann auch klar ist, dass dann auf jeden Fall halt auch genug Zeit zum Zeichnen da ist. Also das ist halt wirklich was, wo ich gesagt habe, wenn ich da jetzt nicht die richtigen Sachen mache, dann ärgere ich mich später total und dementsprechend habe ich halt jetzt schon runtergeschraubt beziehungsweise bin auch dabei, weiter runterzuschrauben. Das ist ja cool, gerade um den Fokus dann eben auch neu zu legen. Das freut mich sehr, dass das offensichtlich irgendwie nur ein Volksmodell ist. Bist du denn da quasi eher so selbstständige Illustratorin oder bist du vor allem an den Publikationen dran, die bei Ultraverse erscheinen? Wie sieht es da aus? Also ich bin tatsächlich momentan überhaupt nicht mehr als Illustratorin tätig, war ich mal eine Weile, auch recht aktiv. Ich muss halt wirklich nur sagen, dass ich halt merke, wenn ich meine Energie in eine Geschichte reinstecken kann, dann bringt mir das persönlich viel, viel mehr, also viel mehr Freude und dann kann ich auch viel mehr Energie reinstecken, ohne dass es mich an, also ohne dass die Energie an anderer Stelle fehlt und dementsprechend habe ich auch da dann gesagt, dann lieber jetzt halt auf die Geschichten, dementsprechend halt auch, sofern Ultraverse, dann halt auch kommende Projekte von mir noch möchte, darauf fokussieren beziehungsweise der, also der liebe Jo, also Joachim Kapps, mein Redakteur hat ja schon im letzten Altra Live angekündigt, wie es für mich weitergeht, dass wir nämlich mein Eigenverlagsprojekt Zuckerwasser in veränderter Form dann auch tatsächlich nochmal bei Ultraverse rausbringen werden, nachdem jetzt die innere Stimme dann rauskommt. Das heißt, also da ist halt jetzt auch bei mir schon raus, wie es weitergeht und dementsprechend bin ich dann, also gerade guter Dinge, dass es vielleicht auch so positiv weitergehen könnte, also ich arbeite jetzt hinter den Kulissen auch schon an den nächsten Ideen, die ich dann meinem Redakteur gerne näher bringen möchte und es bleibt spannend. Sehr gut, also bist du in der Altraverse-Familie angekommen? Wenn man das so sagen kann, also ich möchte gerne weiterbleiben, ob ich das schaffe, hängt natürlich immer von dem ab, also Nachzuckerwasser dann, was ich halt als Geschichte einfach liefern kann und möchte und dementsprechend bemühe ich mich halt einfach nach Kräften und wir schauen mal, was bei rumkommt. Super, das zu dir, auf deinen Comic-Con haben wir dann gleich zu sprechen. Susanne, wie sieht das genau bei dir aus? Ich habe jetzt schon gelernt, du bist eigentlich vier Meter groß und eine Profisängerin, aber offensichtlich machst du nebenbei auch noch den ein oder anderen Manga. Erzähl doch mal, wie bist du denn in diese Comic- und Manga-Szene reingerutscht? Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin ein vielbeschäftigter Mensch. Das Singen nimmt mich total ein. Nein, Quatsch. Also bei mir hat es ja sehr, sehr früh eigentlich schon angefangen. Ich glaube, das war bei mir so, ich ruder mal ganz, ganz stark zurück, so im Alter von sechs Jahren fing das nämlich an. Da liefen nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, ich glaube, es hieß damals Pukito TV, das war so ein Format von RTL 2 und da liefen halt Anime-Serien, also Pokémon, Digimon, was man halt so kennt und das war für mich so die erste Berührung mit dem Thema Anime und ich wusste gar nicht genau, was das genau ist, aber mich hat das total fasziniert, weil die Figuren so ganz anders aussahen, als ich das bisher kannte und so kam es, dass ich mich halt auch immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Also der Schritt vom Anime dann zu dem ersten Manga war dann halt auch gar nicht so weit und ich habe halt auch direkt angefangen, die ganzen Figuren zu zeichnen, weil ich die halt einfach alle so schön fand und irgendwann tatsächlich, als ich dann so ein bisschen älter war, also Pubertät, da ist man ja auch internetaffiner, bin ich dann halt auch wie Rakami auf die Plattform Animex gekommen, also es ist halt so eine, ich weiß gar nicht, ob das gerade schon erwähnt wurde, so eine Plattform, wo sich halt zum Beispiel Manga und Anime-Begeisterte austauschen können, ihre Bilder hochladen können, ihre Werke hochladen können, das war so eine der ersten großen deutschsprachigen Websites, wo man sich halt da austauschen konnte und dann habe ich halt auch angefangen, dort meine eigenen Zeichnungen hochzuladen und ja, so kam das dann so, dass ich sozusagen immer mehr in diese Manga-Szene sozusagen eingetaucht bin, man hat sich natürlich auch ausgetauscht mit anderen Leuten, die das gut finden und vielleicht auch zeichnen, man hat sich gegenseitig kritisiert, ja, das war dann so der erste Berührungspunkt und dann hatte ich auch das Virus, wie du es eben so schön genannt hast. Und hast du dann auch überlegt, okay, jetzt starte ich hier wohl durch und mache mein Ding und mit so drei Bänden, die ja gerade auf dem Tisch neben mir liegen, ist das inzwischen ja sicherlich auch eine sehr zeitintensive Geschichte für dich geworden, oder? Ja, also auf jeden Fall. Also es war nicht so, dass ich jetzt schon von Anfang an sagte, ey, ich ziehe das jetzt durch, also wir waren ja gerade bei meiner Hubertät, da war noch gar nicht der Plan, dass ich jetzt drei Bände irgendwann bei Altravers veröffentliche. Das war so ein, ich würde sagen, das war so ein schleichender Prozess, weil ich habe ja, also es war meine Serie Green Garden, die ja momentan bei Altravers veröffentlicht wird, habe ich erst mal während meines Studiums, also ich habe Kommunikationsdesign studiert und währenddessen habe ich Green Garden als Self-Publisher, also als im Selbstverlag veröffentlicht und dann auf Messen vertrieben, in meinen Online-Shop vertrieben, über jegliche Kanale, die es halt so gibt. und dieses Werk Green Garden hatte damals, ich glaube, das waren so zwei Kapitel oder um den Dreh, die ich damals veröffentlicht hatte und im Selbstverlag rausgebracht habe, die habe ich dann halt damals Altravers vorgestellt und habe die halt gefragt, ob die vielleicht Lust haben, das Werk weitergehend zu verlegen, weil wie gesagt, es waren halt gerade mal zwei Kapitel draußen und ich hatte geplant, schon eine längere Serie draus zu machen und da gab es dann halt das Interesse und ja, seitdem mache ich das tatsächlich auch Fulltime und bin von morgens bis abends am Zeichnen und Schreiben, genau und mittlerweile, ich meine, es sind jetzt, glaube ich, auch zwei Jahre schon, die ich mit Altravers zusammenarbeite, umfasst das Werk jetzt schon drei ganze Bände und wir sind auch schon voll, gerade in Band vier dran und sind da am Machen und Tun und Planen. Ja, also das, ja, bestimmt gerade mein ganzes Leben. Das ist ja klasse, bist du richtig angestellt bei dem Verlag? Ja, also ich glaube, Rakami hat es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, wir sind alle, also zumindest ich bin halt freischaffende Illustratorin, Autorin und, aber ich arbeite momentan halt exklusiv für Altravers, weil ich einfach keine Zeit für irgendein anderes Projekt habe, also ich bin froh, dass ich noch mit Rakami zusammen unseren Podcast, Podcast Ikigai machen kann, das quetschen wir dann noch in unsere wenige Freizeit, die wir haben, aber mehr würde da gerade einfach gar nicht passen, weil ein bisschen schlafen will ich dann doch noch. Genau, so ist das. Ja, es gibt ja auch einen relativ engen Veröffentlichungsrhythmus, also die Fans wollen offensichtlich nicht so lange auf Green Garden warten und das heißt, dass da auch relativ regelmäßiger, neuer Content kommt, das ist ja eigentlich eine optimale Situation, oder? Wenn man da so eine enge Anbindung am Verlag hat und dann natürlich auch wirklich weiß, okay, hier, das funktioniert, die Leute wollen es lesen und für mich funktioniert das auch, auch wirklich ganz, ich sag's jetzt das letzte Mal, aber auch finanziell und so, ist ja die optimale Situation, oder nicht? Ja, also auf jeden Fall, ich bin total dankbar, dass ich das machen kann, dass das auch so gut von den ganzen LeserInnen aufgenommen wird und du hast es ja schon gesagt, so die LeserInnen wollen nicht so lange auf ihren Manga warten, ich glaube, das ist so ein bisschen manchmal so das Ambivalente an Manga, weil man braucht so irrsinnig lange, um so eine Seite zu zeichnen, aber wenn man die hinterher liest, geht das natürlich ratzfatz, also manche Leute haben mir schon nach einer halben Stunde geschrieben, oh, ich habe das schon fertig gelesen und ich so, okay, ich saß da jetzt sechs Monate dran, aber gut, ja, nee, aber es ist auf jeden Fall die optimale Situation, in der ich mich gerade befinde, ich muss da sagen, ich fühle mich da sehr privilegiert und das ist ja auch mein großer Traum, was ich gerade hier lebe, darum kann ich da auf keinen Fall meckern. Der große Traum, ja sehr gut, bevor wir gleich nochmal auf die Handlung auch von Green Garden zu sprechen kommen, mal eine Frage zwischendurch, was bitte ist ein Shoujo-Star und warum habe ich den hier auf meinem Tisch liegen? Ja, also Shoujo-Star, das ist halt diese, also es ist eine Kampagne von Altraverse, die im Rahmen des Shoujo-Programms gestartet wurde, also um vielleicht Shoujo zu erklären wie die HörerInnen, die das vielleicht nicht so kennen, im Manga wird halt so ein bisschen kategorisiert zwischen Shonen, Shoujo, Seinen, was weiß ich, das sind so Bezeichnungen für Alterskategorien, also zum Beispiel Shoujo bezeichnet die Alterskategorie junger Mädchen von, sagen wir, ungefähr 13 bis 16 Jahren, das kommt halt so aus Japan, da wird halt gerne, werden Bücher beziehungsweise Manga gerne in Zielgruppen eingeteilt und das haben wir halt so in Deutschland, ja, übernommen. Genau, und wie gesagt, im Rahmen dieses Shoujo-Programms, also in dem Programm für jüngere oder pubertierende Mädchen, wie auch immer, obwohl ich auch viele ältere LeserInnen habe, also ich lese ja selber auch total viel Shoujo, da muss man sich auch überhaupt nicht einschränken lassen, was die Alterskategorisierung angeht. Genau, haben wir halt dieses Programm gestartet, wo in den Neustarts, die in dem Programm erscheinen, dieser gewisse Shoujo-Star beiliegt, das ist halt so ein kleiner Pappstern mit einer Illustration vorne drauf und das Besondere an diesen Sternen ist nicht nur, dass man die sich halt schön im Regal hinstellen kann und dann alle Sterne sammelt, die es dann zu den verschiedenen Titeln gibt, sondern man kann diesen Stern halt auch umdrehen und hinten drauf ist ein QR-Code und dort verbirgt sich dann je nach Titel eine kleine, ganz besondere Überraschung. Also auch für Green Garden hatten wir halt so einen Shoujo-Stern im zweiten Band und da habe ich mir so ein kleines Team geschnappt und wir haben dann ein sehr aufwendiges Video da produziert und, also ich darf den Inhalt ja jetzt nicht sagen, das wäre jetzt keine Überraschung mehr, aber ich glaube, da haben sich die LeserInnen auch nochmal gefreut, so nochmal so was Kleines dazu zu bekommen. Ja. Ja, voll interessant. Dann muss ich da auf jeden Fall nachher nochmal den QR-Code auschecken. Hast du es nicht gemacht? Nee, ich habe das Ding von vorne gesehen und schön aufgestellt und so und es gab dann auch tolle Fotos auf Instagram, aber ich habe die Sache mit dem QR-Code, den habe ich nicht gerafft. Das muss ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Ich habe gedacht, das wäre so ein Sammelobjekt quasi, weißt du, wie so Trading-Parts oder so. Das ist super cool. Ja, stimmt. Ja, Rakami, vielleicht kurz nochmal zu dir. Ich habe nämlich aktuell gesehen, jetzt zur Veröffentlichung deines Mangas, da gab es auch eine ganze Menge Merch, richtig? Ja, ich bin ehrlich gesagt total froh, gerade jetzt, also jetzt vor ein paar Tagen, wenn wir diese Aufnahme machen, wurde da wahnsinnig viel von all drei Wörfs gepostet, dass es halt endlich ans Licht kommt, an was wir da denn alles so im Hintergrund gemeinsam gearbeitet haben. Und zu Die innere Stimme, Brief an Lil, gibt es tatsächlich Acryl-Standys, was ich total schön finde. Also für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist im Grunde aus Acrylgras, Acrylgras, und da halt die beiden Hauptfiguren Momo und Lil gemeinsam auf einer Base, dass man die dann zusammenstecken und sich ins Regal stellen kann, was ich richtig, richtig schön finde, dass wir das machen konnten. Dann gibt es die gefühlt obligatorischen Buttons, die aber auch vom Druck her richtig, richtig schön geworden sind. Und mein persönlicher Favorit zusammen mit dem Aufsteller sind so kleine, so kleine Schlüsselanhänger von Momo und Lil, also meinen beiden Protagonistinnen. und ehrlich gesagt, die kleine Miniaturansicht von Lil, die jagt so eine kleine Feder und generell ist besagte Feder auch relativ wichtig im Manga, den findet man zum Beispiel auch an, also die findet man an ihrem Ohr wieder und deswegen, ich finde das irgendwie sehr süß, dass denn gerade diese kleine Miniaturansicht denn diese Feder quasi, weil sie, also sie streckt die Arme so nach oben quasi so ein bisschen wie einfangen möchte. Das finde ich echt super schön und bin ehrlich gesagt gerade noch total auf Folge 7, wie schön die Sachen einfach geworden sind nach den Bildern, die Altraverse da rausgehauen hat und deswegen, ja, ich könnte nicht glücklicher sein. Ja, interessant, dass es da so sehr viele Möglichkeiten gibt, sich als Fan auch noch dann quasi einzudecken mit Merchandise, finde ich top. Ich warte noch auf die T-Shirts, keine Ahnung, ob sie auch irgendwann gibt. Bei Green Garden habe ich gesehen, gibt es auf der Altraverse-Seite auch total tolle Wallpapers zu laden. Vielleicht kommen wir dann noch gleich direkt mal zur Serie. Liebes Susan, erzähl uns nochmal, ich weiß, du liebst diese Frage, ihr beide liebt diese Frage, worum geht es eigentlich in Green Garden? Vielleicht kannst du einen kurzen Pitch mal geben. Ja, also erstmal will ich sagen, ich habe auch Merchandise, ja. Das ist auch immer ganz wichtig zu erwähnen. Ich finde das nämlich so wichtig zu erwähnen, tatsächlich, weil, also ich glaube jetzt sehr, sehr viele deutsche Serien erhalten gerade Merchandise und ich glaube, das ist sowas ganz Besonderes, was gerade halt auch Altraverse mit seinen deutschen Autoren halt einfach machen kann, weil es ist natürlich, also ich glaube, man kennt das ja so auch auf Japan, da gibt es immer so ganz viel Merch zu irgendwelchen Serien und wir in Deutschland vermissen das halt teilweise sehr oder ein wenig, je nachdem, wie Merch-visiert man da gerade ist und ich glaube, das ist jetzt eine sehr, sehr schöne Sache, dass das einfach jetzt auch möglich mit den deutschen Autorinnen zu machen ist. Naja, okay, und jetzt zu deiner Frage zu kommen, bevor ich hier jetzt zu weit aushole, das stoppt mich einfach, auch wenn ich zu viel quatsche. Green Garden, ja, also worum geht es in Green Garden? Das ist tatsächlich meine Lieblingsfrage, weil ich bin ganz furchtbar in Zusammenfassungen, aber ich will es mal probieren. Also, es geht um eine Nation, deren wichtigste Energiequelle eine unbekannte Energie ist. Das Problem aber an dieser Energie ist, dass die ganz furchtbare Albträume bei den Bewohnerinnen dieser Nation erzeugt. also es geht sogar so weit, dass tatsächlich sich Leute wegen diesen schlimmen Albträumen umbringt, weil ich meine, also das hört sich jetzt vielleicht so an, Albträume, so passiert doch mal, aber ich glaube, wenn man jede Nacht von schrecklichen Albträumen geplagt ist, dann kann das wirklich ziemlich auf die Psyche gehen. Naja, und die Protagonistin namens Mai, die lebt halt in besagter Nation und ja, ihre Mutter hat sich tatsächlich selber wegen dieser Energie umgebracht. und deswegen ist sie halt auf der Suche nach irgendeinem Mittel oder sowas in der Art, um diese Energie ja, zu vernichten, auszuschalten und so beginnt dann tatsächlich ihr Weg, als sie, wie soll ich das erzählen, ohne zu viel zu spoilern? Ihr Abenteuer beginnt. Ja, ihr Abenteuer beginnt und sie wird auf jeden Fall noch auf viele interessante Figuren treffen und viele interessante Erlebnisse haben. Ihr eh seht, ich bin ganz furchtbar in Zusammenfassen, aber schaut euch doch einfach mal die Serie selbst an und ja, dann wisst ihr ja dann genau, worum es geht. Die Serie zeichnet sich ja durch verschiedene Alleinstellungsmerkmale aus. Ein Punkt ist zum Beispiel dieses Steampunkige, das irgendwann eine Rolle spielt. Wie kam es denn dazu? Ja, also ich habe tatsächlich so ein bisschen überlegt, was könnte so eine eigene Optik von Green Garden sein und auch so dieser Welt und ich fand diesen Aspekt sehr interessant von einer Welt, die vielleicht auf den ersten Blick auch so ein bisschen romantisch dargestellt wird. Also ich zeichne ja zum Beispiel auch einen sehr femininen, weiblichen Stil, könnte man sagen. Also es wirkt sehr verträumt. Ich benutze auch viel Rasterfolie, die die Bilder manchmal ein bisschen glitzern lassen und dieses Steampunk-Element ist für mich auch etwas gewesen, was auch nicht romantisch ist, aber durch diese ganzen kleinen Details hat das auch etwas so sehr Filigranes, auch vielleicht so etwas, was halt in diese Welt passt und ja, dann habe ich das ja optisch übernommen, um dann nochmal diesen eigenen Charakter dieser Welt ja besser darstellen zu können, kann man das so sagen? Ja. Tatsächlich ist das eine Geschichte, ich greife das jetzt einfach mal vor. Da geht es nämlich ums Artwork insbesondere, das mich wirklich angesprochen hat. Ich will jetzt sehr ins Detail gehen, um niemanden in die Pfanne zu hauen, aber ich habe mal bei jemandem, der einen großen deutschen Comicverlag hat, zu Hause gesessen und diese Person, die war nicht so angetan unbedingt vom Manga im Allgemeinen, hat dann so exemplarisch Dinge vor mir hingelegt und war halt wirklich von den ganzen Details nicht so angetan und hat dann im Vergleich einen Comic hingelegt, den quasi diese Person selbst veröffentlicht. Und im direkten Vergleich war dann natürlich der Comic der Person sehr viel ausgearbeitete, sehr viel detailverliebter als der Manga, den ich eben dann auch da vorgelegt bekommen habe. Jetzt habe ich jetzt auch deine Reihe lesen können und ey, Halleluja, das ist immer komplett das Gegenteil. Das Ding strotzt nur so vor Details, ist wahnsinnig ausgearbeitet und auch wirklich sehr filigran, hattest du es gerade genannt. Und das ist also irgendwie was ganz anderes, als ich es von eben auch unter anderem diesem einen Tag kannte. Wie viel Arbeit musst du denn in so einer Seite stecken? Also erzähl mal, keine Ahnung, vielleicht eine Seite, ja das sind ja hier jetzt auch relativ selten bis gar nicht, glaube ich, Splash Pages, doch sind welche dabei, Splash Pages. Erzähl mal, wie viel Arbeit steckst du denn in so eine Seite? Das ist doch bestimmt ewig. Erstmal vielen Dank für das Kompliment, das freut mich natürlich sehr. Ja, es kommt tatsächlich einfach darauf an, wie aufwendig diese Seite gestaltet ist. Also in Green Garden gibt es zum Beispiel, dadurch, dass es halt um diese Nation und auch um diese Stadt geht, in der diese Person lebt, auch sehr, sehr viele ausgearbeitete Stadthintergründe, die sind natürlich super aufwendig. Also da sitze ich teilweise an der Seite zwölf Stunden oder so. Man darf halt auch nicht vergessen, wir machen das alles alleine. Also ich habe keinerlei Assistenten, die mir da helfen können, den Hintergrund zu zeichnen, was ich noch ein bisschen bedauere, aber es kann ja noch kommen. Weil ich sage, du hast ja immer deinen eigenen Sprechblasen-Wimpler. Genau, so wie Rakami, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Aber ja, also teilweise kann eine Seite wirklich bis zu zwölf Stunden oder länger dauern. Es gibt aber auch Seiten, die dauern nicht so lange. Also es ist, man kann halt nicht so genau verallgemeinern, wie lange jetzt man für eine Seite braucht, weil jede Seite ist unterschiedlich. Und ich glaube, also was du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast mit dem Vergleich zu Comics und Manga, ich finde, das ist auch super schwierig, einfach nebeneinander zu legen, wie das jetzt besagter Herr oder wie auch immer getan hat. Weil jeder Zeichner ist so unterschiedlich und jeder Zeichner publiziert ein so unterschiedliches Werk und manchmal passen die Teilzeit zu einem Werk und manchmal eben nicht. Also ich denke, die Optik ist ja auch sehr, sehr beitragend für den Inhalt und manchmal passt es und manchmal passt es nicht. Das kann ja auch eine sehr bewusste Entscheidung gewesen sein, warum jetzt der eine da viel Hintergrund oder wenig Hintergrund oder wenig Details ja gezeichnet hat oder nicht. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz da einwerfen. Ja, aber ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Auf jeden Fall, vielen Dank dafür. Auf wie viele Bände ist die Serie denn angelegt? Vier. Also ich sitze gerade am letzten Band der Serie und mit vier Bänden ist dann Green Garden abgeschlossen. Ja, es geht jetzt aufs große Finale zu, kann man sagen. Und wie geht es danach weiter? Weiter arbeitet uns dann Blue Garden oder was komplett Neues? Gezähl mal. Das höre ich tatsächlich so oft. Yellow Garden, Black Garden. Nee, also tatsächlich die Green Garden Serie ist abgeschlossen. Ich kann vielleicht schon sagen, ohne viel zu viel zu verraten, ich habe auf jeden Fall Ideen für weiteres und bin mal gespannt, wie es da weitergeht, ohne zu viel zu verraten. Aber die Zusammenarbeit mit Altraverse läuft gut und vielleicht läuft sie dann auch in Zukunft weiter gut. Werden wir dann sehen. Ja, sehr gut. Dann ziehen wir das vielleicht auch noch kurz vor, bevor wir auf die innere Stimme zu sprechen kommen, Rakami. Altraverse ist ein Verlag, der ist mir persönlich erst im letzten halben Jahr so richtig aufgefallen, einfach weil ich, glaube ich, tendenziell nicht unbedingt zur Zielgruppe gehöre. Wobei auch das könnte sich langsam ändern, je mehr ich das Programm kenne. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein moderner Verlag. Das ist ein Verlag, der hat zum Beispiel auch Internet verstanden, macht Live-Sachen, gerade so Streaming-Geschichten, jetzt während Corona und so, was echt viele andere Verlage auch allein schon technisch einfach nicht geballert bekommen. Haben die halt schon lange raus und es ist generell einfach auch ein Verlag, der so ein neues Zielpublikum ja entsprechend auch auf den richtigen Plattformen auch anspricht und bedient. Und erzähl mal kurz, bitte, liebe Susan, wie kam es denn eigentlich zur Zusammenarbeit? Ja, also All Traverse, muss man ja auch sagen, gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Das sind jetzt, ich glaube, drei Jahre oder so, wo der Verlag wirklich offiziell auf dem Markt ist. Ja, zur Zusammenarbeit mit All Traverse kam es, das hatte ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dahingehend, dass ich ja Green Garden im Selbstverlag veröffentlicht hatte und tatsächlich habe ich auf der Leipziger Buchmesse, 2019 glaube ich war das, dort das Werk angeboten, also ich hatte dort einen eigenen Stand und habe den Manga dort ganz normal vertrieben und ich hatte halt schon überlegt, ja, könnte ich vielleicht das Werk auch anderen Verlagen vorstellen, weil wie gesagt, der Traum, jetzt professionell Manga cut zu werden, war da und das war halt auch immer mein Ziel und ich dachte, gut, ich könnte es ja mal versuchen mit Green Garden, das bei vielleicht ein paar Verlagen vorzustellen und witzigerweise hatte ich mich davor mit der lieben, also Daniela Winkler, aka Horrorkissen unterhalten, so, hey, wie ist das, du bist, also sie war damals schon bei All Traverse, liebe Grüße an dich übrigens, falls du das hier hörst und sie hatte mir halt damals All Traverse sehr ans Herz gelegt weil sie sagte, ja, ich bin da und der Verlag ist cool und die behandeln ihre Zeichner, innen auch gut, das ist ja auch immer wichtig, ich so, hm, ja, hört sich eigentlich ganz gut an und sie saß dann so an meinen Stand und dann kam Joachim Kaps, der Verlagschef von All Traverse vorbei und sie zeigte auf ihn und sagte, das ist der, jo, mit dem musst du reden und ich so, gut, das mache ich jetzt und bin ihm tatsächlich hinterher gerannt, also er ging halt an meinen Stand vorbei, ich rannte ihn hinterher und meinte so, jo, hallo, ich bin die Susanne, guck dir doch bitte mal Green Garden an, mein selbstverlegtes Werk und sag mir dann, was du davon hältst und er nahm das auch ganz interessiert und wir redeten ein bisschen und ja, ein paar Monate später meldete sich Joachim Kaps dann auch wirklich bei mir und das war dann so der, der erste Punkt, wo es dann zu unserer Zusammenarbeit theoretisch schon kam, also wir haben dann ein bisschen geredet, wie könnte die Serie, also wie könnte die Serie beim Verlag aussehen, wie stellen sich das beide Parteien vor und das hat dann zum Glück alles so gepasst, dass wir dann gesagt haben, gut, wir machen das zusammen und ja, dann war ich dabei. Faszinierend, ich bin generell, glaube ich, den Joachim und seinen Namen, der ist mir in diversen Manga-Podcasts, die ich in den letzten Wochen begonnen habe, auch mehrfach begegnet, ich habe das Gefühl, der ist schon ein paar Jahre im Business und kennt auch einige Leute und vor allem weiß er genau auch, wie der Markt funktioniert, ich glaube, den muss ich mir auch noch mal schnappen für ein Gespräch. Das solltest du, auf jeden Fall. Liebe Rakami, wie sieht es denn bei dir aus, wie bist du denn mit Ultraverse in Verbindung gekommen? Also, wie Jo mir hinterher mal erzählt hat, war es wohl so, dass tatsächlich ich über einen Wettbewerb wohl zum ersten Mal ihm dann aufgefallen bin, also das war tatsächlich ein Wettbewerb, bei dem man bereits veröffentlichte Kurzgeschichten einreichen konnte und ich hatte nun das große Glück, vorher eine Kurzgeschichte in der Fanat-Anthologie veröffentlichen zu können und dementsprechend hatte ich das dann da eingereicht und ja, wie gesagt, im Nachhinein erzählte er mir dann davon, dass er das damals dann schon gesehen hatte und generell muss ich halt sagen, ich war halt auch mit meinem Eigenverlagsprojekt Zuckerwasser immer auf Conventions, immer mit Ständen und ja, auf einmal stand ich auch im Kapstern bei mir vorm Stand und wollte meinen Manga kaufen und ich hatte zwar keine Daniela, die dann gesagt hat, das ist der Mann, mit dem du reden musst, aber dadurch, dass er halt auch schon sehr lange in der Szene, also was heißt, sehr lange in der Szene aktiv, also Urgestein auch, ist, das wusste ich halt auch, wer er war und dementsprechend stand ich dann da, bin innerlich tausend Tore gestorben von wegen, ach du meine Güte und jetzt kauft er meinen Manga, was der wohl davon hält. Und zeitgleich hat es sich dann aber ergeben, dass ich dann auch immer mal Kritik auf Mappensichtungen gesucht hatte. Also sprich, Mappensichtungen auf Conventions werden normalerweise von deutschen Verlagen angeboten, dass man da dann halt hinmarschiert, idealerweise mit einem Projekt oder einer Bewerbung und man das den Redakteuren dort dann einfach mal unter die Nase halten darf und die dann was dazu sagen und ich muss halt dazu sagen, ich hatte halt damals noch kein Projekt, das ich dann vorstellen wollte, weil ich dachte, ich bin eh noch nicht so weit, und hatte dementsprechend dann nur, ich glaube, Seiten von Zuckerwasser 2 mit dabei. Also halt wirklich nur zum Feedback einholen und dann saß ich auf einmal dort dann auch wieder vor Joachim Kaps und er zog dann die Augenbrauen hoch und meinte dann so, oh Thun, du hast ja gar kein Projekt dabei so. Also jetzt können wir gar nicht drüber reden und dementsprechend damals bekam ich dann seine Karte und dann habe ich halt, also dann gab es noch diesen, das war damals tatsächlich noch zu der Zeit, wo Joachim Kaps noch bei Tokio Pop war und ich habe es dann leider zeitlich, was heißt zeitlich, also ich habe mir dann immer noch gedacht, oh mein Gott, ich bin noch nicht so weit und habe mir dann halt zu viele Gedanken gemacht, habe nicht direkt was losgeschickt und auf einmal kam dann die Meldung, dass er halt bei Tokio Pop aufhört und ich dachte mir dann so, verdammt, ich habe diese einmal in meinem Leben Chance jetzt verstreichen lassen und dementsprechend war klar, als ich dann mitbekommen hatte, dass es dann Altraverse geben wird, war ich dann noch direkt, also stand ich direkt auf der Matte, als es dann dort wieder Mappensichtungen gab und hatte dann dementsprechend dort dann auch halt Sachen dabei zum Vorstellen beziehungsweise habe dann da auch erneut nochmal eine Karte bekommen, dass ich die Sachen dann schicken konnte und so hat sich dann die Zusammenarbeit dann doch mit dieser kleinen Unterbrechung von ach du meine Güte, ich habe es vergeigt, dann ergeben. Ja, interessant, also der persönliche Kontakt scheint bei euch beiden hier so ein bisschen ausschlaggebend gewesen zu sein, davor mal abgesehen, dass euch der Joachim offensichtlich auch schon so auf dem Schirm hatte, das ist ganz spannend und zeigt ja irgendwie auch nur, dass so Sichtungen auf jeden Fall echt voll Sinn ergeben und nicht, also der Erfolg fällt nicht vom Himmel, man muss schon mal Hallo sagen. Ja, und erzähl uns doch mal, ich habe die Gelegenheit gehabt, die innere Stimme bereits zu lesen, ich glaube, ich dürfte echt einer der ersten Personen gewesen sein, denn ich habe vorab eben die digitale Ausgabe bekommen und vielleicht magst du uns jetzt mal erzählen, wovon die innere Stimme eigentlich handelt. Ja, das ist bei die innere Stimme Briefe an Lil gar nicht so einfach, das ganze Spoiler freizuhalten, also wenn du es gelesen hast, wirst du, also dann weißt du ja, warum ich mir so einen abbreche, wenn ich denn über den Inhalt spreche, weil, ja, also das Ende ist halt so, dass es diverse Sachen nochmal umdreht, dementsprechend möchte ich darauf gar keinen Fall zu viel lesen, also zu viel sagen, sondern möchte halt jedem nahe legen, dass das doch bitte mal reingelesen wird. Also bei Altraverse gibt es auch eine Leseprobe, auch wenn die natürlich halt nicht bis zu den Momenten, wo dann Dinge, ja quasi revidiert werden oder über den Haufen geworfen werden, dann vordringt, aber schaut vielleicht einfach mal rein oder ansonsten auch ab dem 18.06. in jeder Buchhandlung, wenn jetzt schon, also je nachdem, wann die Folge rauskommt, könnt ihr auch direkt losmarschieren und reingucken. Grob geht es um Momo, die auf einmal mit Lil eine neue Mitbewohnerin in ihrem Zimmer vor die Nase gesetzt bekommt und Momo ist am Anfang überhaupt nicht begeistert davon, die möchte nämlich lieber weiterhin ihr Einzelzimmer haben, muss dann aber feststellen, dass, ja, ihre, nicht Versuche, aber dass ihre schroffe Art und auch ihre unglückliche Ausdrucksweise, die vielleicht denn auf andere unsympathisch wirkt, bei Lil irgendwie, ja, also keinerlei negative Reaktion hervorruft, sondern im Gegenteil, Lil strahlt sie an, strahlt sie weiter an und sucht auch immer dort Kontakt und Nähe und das ist halt einfach ein Erlebnis, das hatte Momo bisher so noch nicht, so in der Art und die beiden lernen sich dann auch einfach dadurch, dass sie jetzt zusammen in einem Zimmer wohnen, relativ schnell sehr gut kennen und dementsprechend lernt Lil so auch Momos besten Freund Kai kennen und Kai ist sofort hin und weg von Lil, der ist sofort schockverliebt und es wird dann auch noch thematisiert, also Momo ist dann auch so, oh mein Gott, du hast die jetzt einmal gesehen, wie kannst du direkt schockverliebt sein, das geht doch gar nicht, macht doch gar keinen Sinn. Auf jeden Fall lässt sie sich dann aber doch, weil sie natürlich ihrem Freund halt helfen möchte, da zu bequatschen, dass sie vielleicht so ein bisschen die Augen offen hält, was Lil denn so mögen könnte, einfach, ja, weil er das halt gerne wissen möchte, weil er natürlich auch dort Lil halt gerne eine Freude machen möchte, wenn sich halt irgendwie die Gelegenheit bietet und ja, beim Augen aufhalten findet sie dann heraus, dass da auf einmal immer wieder Briefe auftauchen und zwar, also die spawnen vermeintlich einfach in der Schublade von Lil, die sie natürlich auch gut unter Verschluss hält, sodass man halt auch nicht reinschauen kann und dann geht es halt darum, herauszufinden, woher kommen diese Briefe, weil Lil erzählt Momo dann halt auch, dass diese Briefe von ihrem Freund sind und das wäre natürlich gar nicht gut für Kais Plan, da denn irgendwie, ja, vielleicht denn Lils Nähe zu suchen und auch einfach die Tatsache, dass diese Gegebenheiten mit den Briefen, die halt plötzlich aufzutauchen scheinen, ohne Absender, ohne alles, das ist halt insgesamt alles so seltsam, dass Momo inzwischen dann halt auch einfach total gepackt ist und wissen möchte, was da los ist und dann halt nach und nach, ja, zusammen mit Kai oder auch ohne Kai, weil der kann auch nicht immer, weil er hat eine Keimphobie, dann halt herausfindet, was es mit den Briefen auf sich hat und am Ende des Bandes und das tut mir leid, dass ich da nichts spoilerfrei erzählen kann, aber da wird halt dann das Geheimnis um die Briefe gelüftet. Die faszinierende Fremde und die Entdeckung ihrer Geheimnisse, das ist wirklich ganz toll und was dir vor allem, wie ich finde, sehr geglückt ist bei dem Band ist, dass in kleinen, aber feinen Schritten immer das Interesse der Lesenden, man bleibt immer am Ball, man ist immer gerade so am Ende eines Kapitels irgendwie, man will schon noch wissen, wie es weitergeht und guckt deswegen vielleicht nochmal die ersten Seiten an vom nächsten Kapitel und zack, hat man das auch noch gelesen, also da wirklich Kompliment, dir ist wirklich ja geglückt, dass man einfach wissen möchte, wie es weitergeht und das, obwohl das ja insgesamt eine abgeschlossene Geschichte ist, ist das was, wo du dir ganz besonders viele Gedanken gemacht hast, wie du wirklich so diesen Erzählfluss am Ball hältst, wie das eben nicht zu langatmig werden sollte, sondern eben wirklich ja in kurzen, spannenden Steps passiert? Absolut, tatsächlich war relativ schnell klar, dass die innere Stimme ein Bänder werden muss, für mich persönlich gefühlt, einfach weil am Anfang erweckt der Manga einen sehr anderen Eindruck als das Ende, das Ende macht es zu einer sehr anderen Geschichte und dementsprechend wollte ich dann nicht den Fehler machen, dass ich dann vielleicht mit dem ersten Band in Anführungszeichen die falschen Leute an Locke sprich, dass ich dann halt einfach dort ein Versprechen gebe an meine Leserint, was ich dann am Ende nicht halten kann, sondern ich wollte halt gerne halt deswegen wirklich, dass das Ganze quasi in einem Stück durchgesprintet wird und dann ging es halt einfach darum, dass mir halt klar war, mit einem Einzelband kommen natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen, die dann halt eingehalten werden müssen, wie eine maximale Seitenanzahl und dann war es natürlich immer ein ständiges Austarieren, was muss unbedingt drinnen sein, wie kann ich die Spannung halten, welche Hinweise muss ich vorher streuen, damit wenn zum Beispiel auch die Leute dann nochmal durchlesen, damit sie dann diese Hinweise halt einfach nochmal finden und in einem anderen Kontext auch nochmal sehen können, das war halt auch was, wo ich auch nochmal in mich gegangen bin, was finde ich an der Mystery-Geschichte eigentlich richtig toll und das ist halt eigentlich dieses, wenn man Dinge am Anfang sieht und sie nicht versteht und sie am Ende dann Sinn machen, wenn man dann halt nochmal liest und dann verstellt, ah, okay, cool und dementsprechend war es halt da immer ein Vor- und Zurück- und Austarieren, also man könnte schon, also generell muss ich sagen, dass bei die innere Stimme einfach, weil ich an der Geschichte auch schon gearbeitet habe, bevor ich dann bei Altraverse gelandet bin, einfach weil ich generell immer mal an meinen Schubladengeschichten arbeite, halt schon sehr viel Zeit in das Konzipieren drauf, also da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt und daher muss ich auch ehrlich sagen, freut es mich wirklich sehr, dass du, also dass du mir zurückmeldest, das ist halt dann auch so, ja, dass es bei dir Erfolg hatte, dass es auf dich so wirkt und deswegen, das freut mich wirklich sehr und ich bin auch dankbar dafür. Prima, und gerade eben auch diese Geschichte mit diesen, dass halt quasi das Ganze auch ein bisschen, also vor allem über Dialoge funktioniert, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Dialoge sind deine Stärke, eure Stärke, das merkt man nämlich, wenn man sich euren Podcast mal anhört. Der trägt den Titel Ikigai und ich habe den viel zu spät erst mitgekriegt und bin jetzt wirklich gerade dabei, dir alle nachzuhören, denn, ich habe das bereits im Vorgespräch auch schon der Susann gesagt, das sind alles Ausgaben mit quasi Metathemen, zumindest wirkt es auf mich so und damit sind sie super zeitlos, man muss die also nicht unbedingt zum Zeitpunkt des Release hören, geht mir jetzt ja eben auch so, sondern sie sind generell geeignet, um sich einen guten Eindruck zu machen, vor allem auch, was die kreative Seite der Manga-Erstellung angeht, also quasi das Leben als Manga-Car und eben auch noch viele weitere Dinge, ihr habt faszinierende Gäste, sie zum Beispiel auch vor kurzem habe ich eine Episode gehört, da hattet ihr eine Dame zu Gast, die euch ein bisschen erzählt hat, wie so der Vergleich zwischen deutschem Manga und japanischem Manga ist, also generell, wie die Szene dort vor Ort funktioniert und es war alles sehr interessant und ja, hat mir wirklich viel gebracht, danke dafür. Erzähl doch mal, warum Ikigai, wie kam es dazu und was bedeutet Ikigai eigentlich? Susann, vielleicht kannst du da mal anfangen. Ja, also erstmal, wir freuen uns sehr, dass dir die Folgen gefallen, wir machen die auch unheimlich gerne, weil wir das ja auch ein bisschen als Chance für uns begreifen, ein bisschen Leute auf das Thema Manga-Car-Dasein aufmerksam zu machen, das ist ja vielleicht etwas, was vielleicht noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und darum, ja, freuen wir uns immer mehr, wenn dann nochmal neue ZuhörerInnen dazukommen, also schön, dass du das hörst. Ja, also Ikigai, es kam dazu, dass ich halt persönlich eine sehr, sehr begeisterte Podcast-Hörerin bin und ich halt vorher immer sehr rege mit Rakami im Kontakt stand, wir haben uns halt immer viel über das Zeichnen und das Manga-Car-Dasein ausgetauscht, genau, vor dem Podcast und darum dachte ich, hey, vielleicht hätte Rakami ja Lust, seinen Podcast mit mir zu machen und so schrieb ich sie dann eines Abends ganz aufgeregt an, so hey, hättest du Lust, ich weiß nicht, ob das jetzt komisch ist, weil wir hatten halt vorher nie über das Thema geredet und ich glaube, das hat dich auch ein bisschen überrascht, Rakami, oder? So, dass ich da so am Abend so auf dich zukam. schon, aber das war sehr, also eine sehr positive Überraschung, weil tatsächlich war das dann auch so, umso mehr ich drüber nachdachte, weil wir dann eh im Austausch waren und dann ja eigentlich im Grunde dann gefühlt, wir ja dann gerade am Anfang dann eher unsere Gespräche über gewisse Themen einfach dann mal aufgenommen haben, dass ich dann da halt saß, nachdem, ich glaube, du hattest mir sogar eine Sprachnachricht geschickt und ich saß dann da und hab mein Handy angeguckt und dachte mir so, ja, das ist eine richtig tolle Idee, lass machen. Naja, und auf den Namen Ikigai kam mir tatsächlich, also ich und Rakami hatten vorher ganz lange gebrainstormt, ja, wie nennen wir denn jetzt unseren Podcast, weiß nicht. Und ein Freund von mir kam tatsächlich mal in den Raum, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, und meinte zu mir, du bist so ein richtiger Ikigai. Und ich so, wie bitte? Ja, du bist so ein richtiger Ikigai. Und ich so, was ist? Und er so, ja, das bezeichnet eine Person, die für das, was sie liebt, morgens aufsteht und ihr Geld damit verdient und dafür lebt. Also das ist sozusagen der Grund, wofür es sich zum Leben lohnt, übersetzt aus dem Japanischen. Naja, und dann bin ich mit dieser Idee an Rakamige, habe ich die herangetragen, um das jetzt mal schöner zu formulieren, und meinte so, ja, was meinst du? Und Rakami war sofort begeistert und dann haben wir uns für diesen Namen entschieden. Also war gar nicht unsere Idee, sondern wir haben uns da eine Fremdidee geklaut. Also nochmal vielen Dank dafür. Ja, so unter uns Podcastern, erzähl doch mal, einfach so ein bisschen auch aus dem praktischen Podcast in den Alltag, wie sieht es aus, wie oft kommt da was, wie macht ihr die Absprachen, wie findet ihr Themen, wie findet ihr Gäste? Erzähl doch mal so ein bisschen, was habt ihr vielleicht auch noch damit vor? Wollt ihr der erfolgreichste Comic-Podcast aus der Welt werden? Oder seid ihr das vielleicht bereits schon? Erzählt mal. Ja, also wir müssen mindestens größer als ich werden. Also ich meine, bei vier Meter haben wir eine hohe Messlatte. Vier Meter Podcast. Genau. Nein, also, oder möchtest du da das erzählen? Oder Kami, ich möchte jetzt nicht das Wort. Ja, also so die Eckdaten. Also momentan kommt zweimal im Monat eine neue Folge raus, jeweils zum ersten als auch zum 15. Jahrzehnten. Das haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile so beibehalten. Dementsprechend wird uns auch zurückgemeldet, dass es schön ist, dass die Leute nicht so lange auf eine neue Folge warten müssen. Was uns dann natürlich auch freut, dass das so gut angenommen wird. Und dort ist ja dann auch nach Themenfindung gefragt. Was das angeht, sind es vor allen Dingen Themen, die uns in unserem Alltag, Alltag als Mangaka zum Beispiel, ja betreffen, beziehungsweise Dinge, die uns umgeben oder Dinge, die wir auch einfach interessant finden. Also du hattest ja eben auch schon die Folge mit der lieben Anna angesprochen, die dann als Assistentin in Japan war und uns da einfach Insider-Infos geben konnte. Das war natürlich eine der Folgen, wo Susan und ich halt auch einfach super gespannt waren, was dann dabei rumkommt, wo wir auch vorher gar nicht so, ja, gar nicht so genau wussten, was wir dort für Informationen bekommen, sondern selber einfach wahnsinnig gespannt waren, was denn da jetzt an neuem Input kommt. oder es sind halt auch Sachen, wo Susan und ich einfach dann auch, ja, Themen aus unserem Alltag, wie zum Beispiel Selfcare oder Zeitmanagement oder ähnliches dann besprechen. Das heißt, wir haben da auch dann eine entsprechend lange Liste, in die wir dann auch immer eintragen, wenn uns was Neues einfällt oder auch, wenn uns HörerInnen dann zum Beispiel auch Vorschläge schicken, was wir auch immer super gerne, ja, uns durchlesen, wenn uns was geschickt wird. Daher, ja, alles rund ums Mangaka sein. Es sei denn, ich habe was vergessen. Was meinst du, Susan? Nein, du hast nichts vergessen, aber ich würde da gerne nochmal eine andere Note mit einbringen. Und zwar, ich glaube, das, was wir im Endeffekt sozusagen mit dem Podcast sein wollen oder was wir so ein bisschen versuchen zu entwickeln, ist ein bisschen eine Plattform. Also es soll gar nicht so unbedingt um mich oder um Rakami geben, die da einfach nur so vor sich hin labern und ist uns egal, was alle anderen dazu sagen, sondern, also wir wollen uns wirklich so ein bisschen als Plattform verstehen, in der wir halt auch Gäste zu Wort kommen lassen, die vielleicht viel mehr Ahnung von einem Thema haben, als wir das haben. Zum Beispiel, wir hatten in der letzten Folge den lieben Johannes von Altra Börster, der ist dort Redakteur, war aber auch mal eine Zeit lang in Japan und hat dort das Verlagswesen erfahren können, genau, hat uns davon erzählt oder wir haben mittlerweile auch ein neues Format gegründet, in dem wir immer auch junge, anstrebende Manga-Künstlerinnen vorstellen wollen, die ja ein eigenes Manga-Projekt haben und uns dann ein bisschen darüber in so einer zweiminütigen Sprachnachricht erzählen. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, unser Ziel, was wir auch immer mehr so entwickeln, dass wir wirklich auch den Austausch so untereinander auch fördern wollen und ganz viele unterschiedliche Leute auch mit dieser Plattform, die wir sozusagen gerade aufbohren, ja, zu Wort kommen zu lassen und ja, hoffen natürlich, dass da die Leute auch Lust dran haben an den gemeinsamen Austausch und ja, dass wir da auch so ein bisschen näher zusammenrücken können, weil ich denke, Austausch ist immer so das A und O für alles. Ja. Das ist auch cool, dieser Netzwerkgedanke ist natürlich großartig. Ich denke, dass wir in der Comicszene generell einfach echt noch deutlich mehr zusammenwachsen können, als wir das aktuell überhaupt sind halt. Finde ich ganz, ganz toll und freue mich auch schon auf weitere Ausgaben. Auch wenn die Frage jetzt vielleicht ein bisschen nerdig ist und wahrscheinlich eh nur mich ganz allein interessiert und sonst niemanden, aber wie sieht denn das technisch aus? Wie nehmt ihr denn von der Technikseite her auf? Ja, also wir haben da ein kostenloses Programm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es namentlich jetzt nennen sollte. Ja, klar, klar. Dann Outer City und sowohl Sosan als auch ich haben inzwischen auch beide ja, ziemlich gute Mikros, die wir dann halt vor der Nase haben. Ich bin pleite, Leute. Spaß. Ich habe nur eingeworfen, ich pleite bin wegen diesem Mikrofon, aber das war nicht so. Ja, daher mehr Green Garden kaufen. Genau, das ist was ich damit anleuten. Unterstützt unseren Podcast damit. Ja, und dann sind wir halt absolut Vollprofi, indem wir dann halt runterzählen von drei und dann einmal klatschen für den Ausschlag in der Audiospur und dann merchen wir das hinterher zusammen. Jeder, also jede von uns nimmt das einzeln auf, einfach weil wir festgestellt haben, dass da die Tonqualität dann halt doch ja, mit Abstand am besten ist im Vergleich zu über Discord aufnehmen oder ähnliches und dann schneiden wir es zusammen. Ja, das ist glaube ich alles so ein bisschen learning by doing. Also so am Anfang hatten wir ziemlich wenig Ahnung und haben uns alles so ein bisschen angelesen und heute haben wir ein bisschen mehr Ahnung und lernen jeden Tag ein bisschen was dazu. Also wir haben ja jetzt auch wieder ein bisschen was von dir lernen können durch deine Plattform, wie du vieles Aufnehmen benutzt. Vielleicht können wir die ja auch mal integrieren. Von daher ja, ich meine wir sind halt keine Podcaster wirklich. Wir fummeln uns das irgendwie alles zusammen und hoffen dann, dass es am Ende relativ gut passt. Aber ja, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Darum scheinen wir das ja nicht so falsch zu machen. Wir sind auch ja ambitioniert bei dem, was wir da machen und geben uns halt Mühe. Daher denke ich auch, vielleicht ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man dann noch mal in die ersten Folgen reinhört und sie dann vielleicht noch nicht so ganz optimal aufgenommen sind im Vergleich zu den späteren. Aber ich glaube, wir werden besser. Auf jeden Fall, das merkt man nämlich. Die ersten zwei, drei Folgen, die waren nämlich viel zu leise, aber alles danach war halt in angemessen guten Lautstärke und da konnte man alles super verstehen. Ich finde es wirklich qualitativ top. Also da braucht ihr euch für niemanden verstecken. Ganz im Gegenteil, das gefällt mir echt gut und auch, sage ich mal, die Art und Weise, wie ihr das macht, die kennen wir hier beim Tele-Stabtisch auch sehr gut. Das ist also top, wahnsinnig und man, wie gesagt, hört das auch sowohl inhaltlich als auch technisch und qualitativ ist das alles ganz toll. Das Schneiden macht ihr dann auch ganz selbst und das gibt es dann alles irgendwie hochgeladen und dann erscheint das eben im Podcatcher, Spotify, YouTube, glaube ich auch und so. Gibt es eine Website zu Ikigai? Nein, aber sollten wir mal machen. Also wir haben so 100 Pläne, was wir gerne noch machen wollen mit Ikigai, aber ja, die Zeit. Genau. Wir dachten uns aber, gerade für den Anfang macht es halt mehr Sinn, Ikigai dann vor allen Dingen halt auf Spotify, aber auch YouTube zu haben, einfach weil wir gedacht haben, dass die Leute dann vielleicht eh erst mal dort dann uns entdecken, statt nach einer Homepage zu suchen, weil wir am Anfang auch einfach, also uns kannte ja niemand als Podcast und dementsprechend macht es da für uns dann glaube ich auch Sinn halt erst mal so auf die, ja, bekannten Plattformen zu gehen, statt eine eigene Homepage aus dem Boden zu stampfen, um halt da dann auch quasi gefunden werden zu können, so durch Vorschläge oder ähnliches. Genau. Und der Rest ist dann Schritt für Schritt. Das kommt dann alles hoffentlich noch. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch alle Links, die es zu euch gibt, wie immer in die Shownotes packen. Das heißt also eure individuellen Social Media Accounts und sonstigen Websites, die vielleicht irgendwo rumstreunern, die packe ich eben in die Shownotes, dass man euch auf jeden Fall auch finden kann und vor allem auch eure Manga erwerben kann. Jo, eigentlich habe ich exakt tausend Fragen, aber wir haben natürlich auch nur eine überschaubare Zeit, in der wir diese Fragen abhandeln können. Und vor allem würde ich mit euch generell noch so ein bisschen allgemein über das Thema Manga sprechen. Auch da habe ich mich mal inspirieren lassen von allem, was ich in letzter Zeit so an anderen Podcasts gehört habe, und was da so an Themen im Raum stand. Die erste Frage und wir hatten sie vorhin bereits kurz angeschnitten. Manchmal wirkt es so ein bisschen so, als wäre die Comicszene eine andere als die Manga-Szene und dann gibt es wieder Leute, die sagen, na eigentlich ist doch alles dasselbe und irgendwie sehe ich das auch so, aber dann vielleicht im Detail dann doch nicht. Erzählt doch mal, wie ist denn da so eigentlich eure Perspektive? Ist die Manga-Szene Teil der Comicszene oder ist sie ein Unterteil davon oder so? Könnt ihr mir das ein bisschen spezifizieren, Rakami? Was denkst du da? Also ich glaube tatsächlich, dass es da Leute gibt, die das jetzt, denke ich, besser beantworten können als wir. Einfach weil gerade diese Grenze zwischen Comic und Manga, manche, also in Anführungszeichen, tanzen mehr auf dieser Grenze als wir es, denke ich, tun. Da, also da wir ja schon eindeutig von uns sagen, wir sind Mangaka, wobei ich grundsätzlich sagen muss, ich persönlich, also ich rede zwar immer davon, dass ich Manga mache, ich meine damit aber vor allen Dingen, dass man meinen Comic in japanischer Leserichtung liest. Das heißt also im Grunde, also ich fasse mich selbst genauso als Comiczeichnerin auf und muss auch ehrlich sagen, Manga ist für mich auch nur, ja, eine Art, eine bestimmte Art von Comic zu bezeichnen und ich würde daher, also ich muss sagen, ich nehme da auch verschiedene Szenen wahr zwischen Comic und Manga, leider. Ich finde aber, diese strikte Trennung müsste eigentlich nicht sein beziehungsweise ich denke, dass halt einfach auch unheimlich viel gewonnen werden könnte, wenn die beiden Szenen sich untereinander dann noch besser vernetzen, weil, ja, also man kann sich so viel bei Comic abschauen und andererseits könnte sich, denke ich, auch Comic an ein paar Stellen und der einen oder anderen Stelle dann halt auch einfach noch Dinge abschauen, dass man da einfach, denke ich, gegenseitig voneinander profitieren könnte und gerade auch so was vielleicht die gegenseitige Motivation und den Flow angeht, da wäre noch so viel möglich und ich würde mir daher auch einfach wünschen, dass das in Zukunft vielleicht dann halt auch so gestaltet ist, dass dann die Grenzen zwischen Comic und Manga vielleicht noch ein bisschen, also zwischen den Szenen noch ein bisschen mehr aufgeweicht wird, wobei ich das Gefühl habe, dadurch, dass jetzt auch zumindest nach meinem Empfinden immer mehr online publiziert wird, beginnt das meiner Meinung nach schon so ein bisschen. Also das ist halt dann einfach in dem Moment, wo dann einfach halt nicht direkt das Label draufkommt, so du bist jetzt nur Comic und du bist jetzt nur Manga, dass das halt dann irgendwie so ein bisschen aufgeweicht wird. Ich muss generell sagen, vom Pacing her ist es ja auch unterschiedlich, ob man nun einen Comic oder einen Manga vor sich hat oder auch ein Manuar oder was auch immer für Unterthemen es da gibt. Aber ich muss auch sagen, zusammen, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Webtoons denke, da tun sich jetzt einfach so viele verschiedene Felder auf, wo die einzelnen Arten zu erzählen unterschiedlich sind, dass es generell schön wäre, wenn es nicht mehr so die Comic und die Manga-Szene gäbe. Susanne, wie ist da so deine Wahrnehmung? Ich weiß gar nicht, was ich da noch hinzufügen soll, weil ich finde, Rackami hat das eigentlich so schön schon erzählt. Mir geht es da eigentlich ganz genauso, beziehungsweise ich muss sagen, dass ich wirklich an dem Punkt bin, dass ich, ich finde das total schwierig, immer irgendwelche Schubladen aufzumachen und zu sagen, ja das ist jetzt das, das ist jetzt das. Ich muss sagen, ich verstehe das für mich auch selber gar nicht. Also ich könnte das für mich auch selber gar nicht mehr so definieren, weil es mittlerweile auch so viele Werke gibt, zumindest werden die halt auch für mich immer präsenter, wo ich gar nicht mehr sagen kann, ist das jetzt noch Manga, ist das jetzt Graphic Novel, ist das jetzt ein Comic. Also da gibt es ja so irrsinnig viele Begriffe, mit denen man irgendwie alles abtrennen möchte und definieren möchte und was weiß ich. Und ich muss sagen, ich finde das für mich persönlich, also macht das halt einfach überhaupt gar keinen Sinn und zum Beispiel in Japan würde man jetzt sagen, da wird halt alles einfach als Manga bezeichnet, was da halt im Bild veröffentlicht wird. Da gibt es zum Beispiel auch gar nicht diese klare Abgrenzung. Ich weiß es nicht. Also zum Beispiel bezeichne ich mich auch manchmal einfach als Comiczeichnerin, gar nicht immer so als Mangaka. Da weiß ich nicht, ich sehe da jetzt nicht so die klare Abgrenzung, also ich verstehe, dass vielleicht manche Formen, was zum Beispiel Rakam ja auch schon angedeutet hat, ein anderes Pacing haben, eine andere Art zu erzählen. Aber genauso wie sie, sehe ich das eigentlich auch als großen Gewinn, wenn man sich da vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht sogar zusammentun könnte, vielleicht kann man da auch wieder was ganz Neues und anderes schaffen. Und ich denke, dass es ja wie gesagt immer ein Gewinn ist, wenn sich da Leute austauschen mit unterschiedlichen Wissen und da vielleicht was Gemeinsames schaffen. Also ja, ich muss sagen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht wirklich diese Diskussion. Darum kann ich da vielleicht auch jetzt nicht so viel beitragen. Es tut mir leid. Nee, ganz im Gegenteil. Das sind auch die Eindrücke, die ich habe. Und ich bin da ganz bei euch, dass die klare Untertrennung, du hast jetzt den Schubladen genannt, nicht nur eigentlich bescheuert ist, sondern irgendwie auch schwierig vorzunehmen ist. Da bin ich ganz bei euch. Warum auch? Ich habe eher den Eindruck und das ist vielleicht eine Begründung auch für diesen in Deutschland ja ganz anders definierten Begriff Manga, als es eben in Japan der Fall ist, dass Manga, ähnlich wie auch der Begriff Graphic Novel, vielleicht letztlich einfach auch nur ein Begriff ist, um eine wirtschaftlich erfolgreiche Schublade aufzumachen, um zumindest eine Art von Definition zu geben, ja, einen Marketingbegriff quasi, um Leuten dann letztlich irgendwie einen Zugang zu geben, den sie vielleicht nicht hätten, wenn man sagen würde, okay, wir sind jetzt nicht XY der Manga-Verlag, sondern XY der Comic-Verlag. Wo vielleicht Menschen mit anderer Erwartungshaltung an die Produkte gehen würden. Das ist vielleicht so mein Eindruck, den ich habe, dass das Marketing hier eine größere Rolle spielt als der eigentliche Inhalt oder Definition des Begriffs. Das finde ich total den guten Punkt. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wo du es auch gerade sagtest, ich war mal in einer Graphic Novel-Ausstellung in Bonn war das, glaube ich, also Comic-Graphic Novel und da wurden halt unterschiedliche Werke aus den unterschiedlichen Epochen gezeigt, wo es da umgegen, wie hat sich der Comic verändert, auch über die Jahre und da ging es halt vom Comic zum Graphic Novel und ich weiß noch ganz genau, also ich war da ein bisschen jünger und ich stand da so von den Werken und dachte mir so, hm, also das ist jetzt Graphic Novel und das ist Comic. Aber ich habe, also für mich habe ich überhaupt nicht einen Unterschied gesehen, um ehrlich zu sein und ich stand da so und ich fragte mich das und dann kam dann tatsächlich eine Museumsleiterin auf mich zu, weil sie mich so fragend da rumstehen sah und meinte, dann habe ich sie halt gefragt, ja, was ist denn der Unterschied und sie meinte, naja, das eine ist halt auch einfach ein Marketingbegriff, also ein Graphic Novel hat natürlich wieder, also es ist leider immer noch so, dass gesellschaftlich vielleicht auch ein bisschen Klischees mit dem Namen Comic oder auch Manga verbunden sind, also wir müssen darüber ja gar nicht diskutieren, weil wir ja alle wissen, dass das ja eigentlich, ja, nicht, also Bullshit ist, wenn ich das jetzt mal ganz schön unschön formulieren darf, aber ja, in dem Sinne ist es dann einfach ein Marketingbegriff, weil sich ein Graphic Novel natürlich, ja, ganz anders nochmal anhört, als, also für manche Leute, als vielleicht ein Comic, weil Comic ist das in Anführungszeichen, was vielleicht Kinder lesen und ein Graphic Novel, das lesen Erwachsene, ist natürlich totaler Quatsch, ist aber natürlich auch eine Art von Marketing, so funktioniert das ja leider und wir müssen natürlich auch alle gucken, wie kriegen wir unsere Werke an die Lesenden oder die LeserInnen, genau darum, ja, ich weiß nicht, also man, ich glaube, man merkt schon, ich stotter hier jetzt so rum, aber ich bin da endlich, also endlos verwirrt in diesem ganzen Pool an Namen und Möglichkeiten, ja. Letztlich treffen wir uns ja alle hoffentlich irgendwann mal wieder bei großen Live-Veranstaltungen, die es ja in Deutschland inzwischen auch einige gibt und da wirklich wächst das alles zusammen, zum Beispiel gibt es auch diese Comic Solidarity, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo letztlich ja auch Manga-ZeichnerInnen und Comic-ZeichnerInnen, wenn man diese Untertrennung überhaupt machen möchte, ja irgendwie dann doch alle im selben Boot sitzen, also ich denke, da ist viel Gemeinsames zu finden und wenig, das eigentlich letztlich trennt. Ich habe ja wirklich echt noch 100 Fragen auf dem Schirm und es ist auch ein bisschen schade, dass die Zeit hier ein bisschen begrenzt ist, also ich würde mich tierisch freuen, euch nochmal persönlich zu treffen, aber so das eine oder andere möchte ich auf jeden Fall nochmal ansprechen oder kurz fragen. Zum einen möchte ich auf jeden Fall nochmal einen Hinweis geben, dass ihr mal in die aktuellen Folgen von Ikigai reinhört, da gibt es nämlich ein echt faszinierendes Gespräch, in dem ihr euch mal mit dem Begriff deutscher Manga beschäftigt, ob der überhaupt in der Form existent ist und warum vielleicht auch nicht, das ist echt ein tolles Gespräch, da mal ein Hinweis, sonst hätte ich das Thema hier nochmal aufgebohrt. Dann auch ein bisschen die Frage, auch der nochmal Hinweis auf den Podcast, wo es darum geht, ob man sich schämen muss, Mangas und generell Comics in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu lesen, und faszinierend. Gefällt mir alles ganz toll und letztlich möchte ich jetzt hier aber auf zwei Themen nochmal zu sprechen kommen. Das sind auch so ein bisschen Standardfragen, die ich hier beim Tele-Stammtisch immer stelle. Die eine Geschichte ist die Frage des Digitalen. Ihr seid beide, soweit ich weiß, digital unterwegs, wenn es darum geht, eure Manga zu erstellen und dann ja eben entsprechend einfach auch digital zu arbeiten, weil es verschiedene Vorteile mit sich bringt. Wie sieht es aus, wenn es ums Lesen geht? Also sowohl, wenn es um eure Lesenden geht, habt ihr ein Problem damit, wenn die eure Manga digital konsumieren? Seid ihr vielleicht selber auch irgendwie Leute, die gerne Dinge digital lesen, zum Beispiel eben auf Webtoons oder es gibt ja auch Manga Plus und wie diese ganzen Apps auch heißen. Erzählt mal, wie ist denn so eure Meinung zu digitalen Manga? Rakami, vielleicht kannst du da mal anfangen. Also ich muss generell sagen, dass ich da nochmal unterscheiden würde zwischen Webtoons, die ja eindeutig für das digitale Medium konzipiert sind und dementsprechend halt auch anders angeordnet sind. Also sprich, da ist ja dann eher, nicht in der Horizontalen wird ja dann gelesen, sondern in der Vertikalen und dementsprechend sind die Panel auch nochmal anders angeordnet. Und dagegen dann halt die Manga, die eigentlich für den Druck gedacht waren und dann aber trotzdem digital rausgebracht werden. Und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, wurde auch vor kurzem angekündigt, dass ganz viele der Altraverse-Publikationen von unseren Kolleginnen und auch von uns beiden jetzt auch digital erhältlich sind. Und ich muss sagen, ich persönlich liebe einfach das Gefühl von Papier. Und ich muss gestehen, ich habe es aber trotzdem mal ausprobiert, weil die Idee, das Ganze irgendwie auf so einem kleinen Tablet-Reader zu haben, ist halt echt toll. Also wenn ich bedenke, wie viele Regale, wenn ich jetzt hier mich mal umschaue, einfach mit Papier um mich herum gefüllt sind, wäre das schon echt gut, wenn das irgendwie halt auf so einem kleinen Ding dann alles unterkommen könnte. Auch einfach, wenn man dann irgendwie, als er sich verreist oder ähnliches, kann man es mitnehmen. Aber ich muss halt auch sagen, gerade so bei Doppelseiten oder so fand ich es dann immer sehr schade. beziehungsweise ich hatte dann noch das Feature zum Beispiel aktiviert, dass man dann quasi von Panel zu Panel weitergeleitet wurde, sodass es dann noch was Webtoon-ähnliches vom Lesefluss her bekam. Und das, also ich muss halt ehrlich sagen, wenn ich eine Seite zeichne, dann konzipiere ich die ja, also ich muss sagen, ich zeichne die Doppelseite auch immer. Ich zeichne nicht erst die linke Seite und dann die rechte oder umgekehrt, sondern ich zeichne die beiden Doppelseiten, die zusammen aufgeschlagen werden, immer zusammen. Und ich fände es deswegen eigentlich auch immer schön, wenn dementsprechend die LeserInnen dann halt auch das Ganze so zusammen sehen könnten, statt dann Panel für Panel oder halt immer nur eine Seite, einfach bedingt durch das Format des Readers. Aber generell muss ich sagen, es ist, also es ist eine sehr ressourcensparende Art und Weise, Manga zu lesen. Und gerade wenn man halt sagt, ich möchte vielleicht in Manga auch nur mal reinlesen oder so, ist es natürlich halt eine tolle Sache, dass man das dann auch direkt runterladen kann, dass man das dann direkt vor Ort hat. Und auch einfach, wenn man zum Beispiel erst mal Manga antesten möchte, dann halt nicht so den verwahrlosten Band 1 denn irgendwo liegen hat, falls die Serie dann doch nichts für einen ist, sondern man dann halt auch einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt reingelesen, es ist jetzt nichts für mich oder idealerweise, ich habe jetzt reingelesen, boah, ist das toll, ich kaufe mir dann die Sammelbände. Zumindest wäre das so meine Herangehensweise. Und generell, also wie gesagt, ich bin totaler Papiermensch und das sieht man in meiner Wohnung, glaube ich, auch einfach an, weil sie halt mit Regalen vollgestopft ist. Weil ich finde auch immer, also Manga auf Papier nimmt man halt auch öfter noch mal in die Hand, weil sie einfach da sind. Das ist dann nicht so dieses, ich rufe es extra im Reader auf, sondern ich gehe daran vorbei und auf einmal fällt mir dieses eine Cover noch mal ins Auge. Oder ich denke noch mal über diesen einen Manga, den ich dort sehe, nach. Und das würde mir dann auch einfach fehlen, wenn sie halt nicht dort alle stehen würden. Das heißt also, für die Lesenden von Die Innere Stimme wäre es dir irgendwie auch lieber, wenn sie den Band kaufen würden. Weniger das Digital in der Hand hätten. Wie gesagt, also ich glaube, man sollte da dann, also man sollte da dann gar nicht groß sagen, das eine, also halt wirklich jeder, wie die Person möchte. Weil für manche Leute ist halt auch digital total gut und wenn, also gerade auch, wenn sie dann irgendwie im Hinterkopf haben, so hey, das ist jetzt eine Splashpage dementsprechend, ja, dann ist das auch, denke ich, kein Ding, beziehungsweise die Leute mit dem Reader haben ja dann auch einfach auch eine bestimmte Erfahrung damit dann schon gemacht beziehungsweise fangen an, sie zu machen. Das heißt, ich sehe da dann nicht das Problem, dass man es halt dann auch digital liest, sondern ich würde dann wirklich sagen, wenn die Person das gerne so handhaben möchte, dann sehr gerne. Ich persönlich, wenn man mich jetzt vor die Wahl stellen würde, ob ich die innere Stimme selber auf Papier lesen wollen würde oder digital, würde mich für Papier entscheiden. Aber wie gesagt, das ist auch meine persönliche Präferenz. Alles klar. Und Susanne, wie sieht das bei dir aus? Digitale Comics und Mangas sind das dein Ding oder bist du auch eher so der Papiertyp? Ja, also ich kann dann wieder nur meiner Vorrednerin hier, Rakami, zustimmen, weil ich das eigentlich ganz genauso sehe. Also wie gesagt, meiner Meinung nach, meine Leserinnen können auch gerne Green Garden online lesen, weil es dann, ich glaube auch am 18.6. als E-Book mit zum Beispiel die innere Stimme Briefe an Lill erscheinen wird. Also da hat natürlich jeder seine eigene Präferenz. Und ich denke, das tut dem Ganzen auch keinen Abbruch, das digital zu lesen, auf keinsten Fall. Also es ist für mich persönlich genau das Gleiche. Bei mir wiederum selber ist es so, dass ich schon lieber so der haptische Mensch bin, was Manga angeht. Vor allen Dingen, ich glaube, ich würde sagen, ich bin auch nicht so der typische Leser, weil das immer ja noch mein Beruf ist und ich auch Mangas ganz anders lese, als man das vielleicht aus privatem Interesse tun würde. Also mir geht es ja auch viel um die Zeichnung, um die Bilder und ich schaffe mir sozusagen mit den ganzen Papierexemplaren, die ich hier stehen habe, so eine kleine Bibliothek, auf die ich dann natürlich auch immer wieder zurückgreifen kann, mich inspirieren lassen kann. Sozusagen ein Nachschlagwerk, was man halt immer zur Hand hat. Das finde ich dann für mich und für das, was ich tue, einfach sehr viel praktischer, als das alles digital zu haben. weil, ja, das einfach auch visuell einfacher ist, dann zu sagen, ja, hier ist der Manga, da ist der Manga und, ja, da und da habe ich dieses Bild, was ich mir vielleicht nochmal angucken möchte. Genau, also so handhabe ich das und darum funktioniert das halt für mich so in Papierform ganz gut. Ja, interessant. Dann zu guter Letzt jetzt noch ein ganz kurzer Abstecher nach popkulturellen Empfehlungen. Ich würde euch bitten, mir einfach mal, wenn ihr vielleicht was in der Richtung habt oder auch nicht, ja, was könnt ihr aktuell empfehlen? Gibt es Manga, Comics, Filme, Hörbücher, Musik oder keine Ahnung, was für Dinge aus der Popkultur, die ihr gerade konsumiert und die ihr empfehlen könnt? Vielleicht auch aus dem Verlagsprogramm von Ultraverse. Was liegt bei euch auf dem Nachttisch? Was guckt ihr, wenn ihr abends einschlafen wollt und irgendwie rumguckt? Daddelt ihr vielleicht irgendwas? Erzählt mal, wie sieht das bei dir aus, Susanne? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, zwei Serien, die ich gerade empfehlen kann, ist vor allen Dingen, ich hab, kennt ihr Community vielleicht? Ja, klar. Hab ich für mich wiederentdeckt. Kennt ihr das? Mhm. Oh, cool. Ja, also, ich gucke, also ich habe eine ganze Zeit lang Community geguckt, weil das ist so ein bisschen so ein episodenartischer Stil, hat natürlich überhaupt nichts mit Comic und Manga zu tun und ich muss sagen, so was Serien angeht, bin ich momentan auch eher so in der Realverfilmungsschiene. Also, ich finde zum Beispiel auch Shadow of Bones total gut, ist gerade eine Serie, die gerade bei Netflix erschienen ist und ich freue mich schon total auf die zweite Staffel, die hoffentlich bald erscheinen wird. Zum Thema Manga kann ich gerade einen Manga von Altraverse empfehlen. Oh Gott, wie heißt der denn? Ah ja, und zwar war der Name Ein Zeichen der Zuneigung ist eine superschöne Shoujo-Geschichte, in der es um ein taubstummes Mädchen geht, die, ja, ihre Liebe findet, aber halt auf eine ganz andere Art, dadurch, dass sie halt nicht wie andere Menschen kommunizieren kann. Und ja, es geht halt um diese zwischenmenschlichen Beziehungen von ihr und, ja, ihren Love Interest, der halt, wie gesagt, nicht taubstumm ist. Oder mein Schulgeist Hanako fand ich auch richtig gut, lese ich auch momentan. Das ist eine Manga-Geschichte, in der es, ja, um einen Geist geht, der auf dem Klo einer Schule lebt und, ja, er trifft dort auf ein Mädchen. Ach, wie war dein gleiche Name? Habe ich gerade vergessen. Naja, und, ja, die beiden erleben ganz verrückte Abenteuer in dieser Schule. Also es ist total durchgedreht an manchen Stellen, aber ich finde die Zeichnung auch irrsinnig faszinierend. Ja, was kann ich noch empfehlen? Das ist ja einiges schon. Ja, ist schon einiges, ist jetzt auch mal gut. Genau. Jetzt komme ich hier. Danke, danke dafür. Rakami, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch eine kurze Empfehlung für uns? Also All-Time-Favorite, falls ihr das noch irgendwie in die Finger bekommt, lest unbedingt Trams Like Us. Das kam damals bei Tokio Pop raus, ist natürlich vergriffen, aber falls ihr das irgendwo mal auf dem Flohmarkt oder beim Bring and Buy oder so, wenn es wieder Conventions gibt, seht, dann nehmt das mit, lest es rein, das ist eine ganz wundervolle Geschichte. Und von aktuellen laufenden Serien würde ich sagen, was ich vor allen Dingen in letzter Zeit gerne gelesen habe, war Lieb mich noch, bevor du stirbst. Das ist tatsächlich auch von Altraverse, auch ein Shoujo-Titel. Aber ein sehr besonderer, wie ich finde, einfach weil die Dynamik der Charaktere eine sehr besondere ist und auch das Grundsetting ist halt nicht Shoujo-typisch, sondern halt eher so, ja, so ein bisschen, so ein bisschen, wie sagt man, moody, aber so mit bösem Humor. Und ich mag das sehr, sehr gern beim Lesen. Und ansonsten, was ich auch noch echt gerne gelesen habe als Mystery-Manga, war Bright Sun, Dark Shadow. Das läuft auch noch daher, weiß ich noch nicht, je nachdem, wie das Ende ist, ob ich es empfehlen möchte oder nicht, aber man kann auf jeden Fall mal reinlesen. Und was ich persönlich extrem schön fand in letzter Zeit, war auch Boys Love Metamorphosen, also BL Metamorphosen geschrieben. Das ist eine ganz anrührende Geschichte um eine ältere Dame, die ja in ihrem Lebensabend, nachdem ihr Mann schon verstorben ist, dann auf Boys Love aufmerksam wird und darüber eine Freundschaft mit einer Aushilfe in der Buchhandlung beginnt. Und die beiden wachsen einfach aneinander, indem sie halt dann über Boys Love miteinander reden. Und ehrlich gesagt, das ist sehr, sehr schön erzählt. Also das kommt auch aktuell raus. Das heißt, da kann man auch mal reingucken. Und sonst so Serien, Serien kann ich, glaube ich, gerade wenn man Netflix hat und es noch nicht gesehen hat, The Dark Crystal, Age of Resistance jedem ans Herz legen. Ja, faszinierend. Vielen, vielen Dank für die guten Hinweise. Da werde ich mir einiges, glaube ich, mal genauer angucken müssen. Und möchte mich auch an der Stelle generell dafür bedanken, liebe Sosa und liebe Rakami, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir, mit uns, über euch, eure Arbeit und viele weitere Dinge offensichtlich zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hat uns auch großen Spaß gemacht. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Ja. Prima. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus Ich bin froh locken wir mit dem und bis zum nächsten Mal. Ich bin froh locken wir mit dem